Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, sowohl hier im Festzahl des Neuen Rathaus zu Leipzig als auch zu Hause auf dem Sofa oder wo auch immer ihr den Stream schaut. Mein Name ist Dominik Memmel von den Scientists for Future Leipzig. Wir als Scientists haben dieses Podium heute organisiert und ins Leben gerufen als Startschuss für eine Veranstaltungsreihe, die jeweils im Quartal in dieser Art und Weise, sag ich mal, stattfinden soll. Erstmal ein paar Worte vorweg. Handys aus, bitte. Ganz klar. Gilt natürlich für alle, aber ich denke, die meisten haben das auf dem Schirm. Dann haben sie alle schon diese Bögen gefunden auf dem Platz, die Datenschutz- und Corona-Nachverfolgungsbögen. Das bitte ich natürlich wirklich auch auszufüllen und dann beim Rausgehen wieder vorne abzugeben. Das dient einfach der möglichen Infektionsnachverfolgung. Das ist uns ja mittlerweile allen bekannt. Ich möchte mich auf jeden Fall auch erstmal bei zwei Parteien noch bedanken. Die eine Partei ist das Ressort Wissenspolitik hier im Rathaus, das uns sehr unterstützt hat. Wir sind ja auch ans Ressort angetreten mit der Frage, ob man da kombiniert irgendwie diese Veranstaltung machen kann. Das ist eine Veranstaltung der Scientist, aber eben mit einer gewissen Unterstützung, für die ich mich herzlich bedanken möchte. Beim Herrn Ulrich Brieler und der Petra Schwab. Und vielen Dank an Dominik Becher hier hinter der Kamera vom Studium Universale. Der Dank vor allem auch im Namen aller, die jetzt am Stream sitzen. Denn hierüber ist dieser Stream organisiert. Gut, ja, Thema Verkehrswende. Gleich werde ich das Podium vorstellen. Jetzt noch zwei, drei Sätze zur Veranstaltung an sich, damit sie da so, gerade die hier im Raum, so ein bisschen wissen, was auf sie zukommt und wie sie auch selber ein bisschen Einfluss nehmen können auf die Veranstaltung. Es ist eine Erstveranstaltung. Lasst es auch ein bisschen auf uns alle zukommen. Der Plan, wie wir hier durch die Themen gehen, ist nicht zu streng, sondern es soll sich ein bisschen fluide entwickeln, um erstmal auch zu schauen, wohin geht das Ganze, welche Themen sind relevant und das entwickelt sich, denke ich, auch teilweise in der Diskussion. Pi mal Daumen angesetzt bis 19.30 Uhr. Das muss jetzt nicht zu streng genommen werden. Vielleicht wird es auch nur 19.20 Uhr. Das ist so ein bisschen mein persönlicher Plan, dass wir dann nochmal ein kurzes Päuschen haben und dann nochmal eine etwa halbe Stunde Publikumsfragen. Da können Sie also gerne mit gespitzten Ohren schon in der Diskussion hier zuhören beim Podium, um sich interessante Fragen zurechtzubauen. Vielleicht haben Sie ja schon das eine oder andere mitgebracht. Ich sehe, da sind schon einige Unterlagen auf dem Tisch. Sowas freut mich als Veranstalter hier immer sehr. Ja, kommen wir zum Podium. Und zwar, ich fange gleich bei mir rechter Hand an. Das ist der Marco Böhme, hallo Herr Böhme, von der Fraktion Die Linke. Wenn ich richtig informiert bin, stellvertretender Fraktionsvorsitzender auch der sächsischen Fraktion im Landtag und Mobilitätssprecher-Experte. Wie weit kann man da so gehen? Wichtig ist natürlich jetzt auch, weil wir den Stream nur über diese Mikrofone machen, immer die Mikrofone benutzen beim Sprechen. Das gilt dann später für die Publikumsfragen, da werde ich es aber noch mal kurz erklären. Ja, dann geht es weiter gleich direkt neben Marco Böhme, der Ralf Elsässer von Civics. Mag vielleicht nicht jedem ein Begriff sein, manchen vielleicht schon, die in einem Thema drin sind, definitiv. Ich möchte auch noch mal kurz ein, zwei Worte über sich verlieren. Ja, ich arbeite in verschiedenen Zusammenhängen, die alle etwas mit nachhaltiger Entwicklung und bürgerschaftlichem Engagement zu tun haben, sowohl in der Stadt, im Quartier, auf Stadtebene, überregional, in der Vernetzung, bundesweit, auf den verschiedenen Ebenen. Genau, das heißt auch einen sehr guten Überblick über diese ganzen Thematiken, um die es heute gehen wird. Am nächsten Platz sitzt der Ulf Mittelberg, Geschäftsführer von LVV und LVB. Das ist ja für uns besonders relevant heute. Falls Sie noch ein, zwei Sätze über sich sagen möchten, gerne. Ja, vielleicht nur um den Pfeil zu verlängern. LVV als Leipziger Gruppe eben dann auch in der Verbindung mit den Wasserwerken, den Stadtwerken für das Thema Energiewende. Denn die Frage, wie wir Mobilität organisieren, gerade bei einer Straßenbahnstadt wie Leipzig, seit 100 Jahren elektromobil, hat natürlich immer auch viel mit Strom und Energie zu tun. Und dann schon seit mehreren Jahren eben in der LVB verantwortlich als kaufmännischer Geschäftsführer und derzeit eben auch Arbeitsdirektor Ehrenhalber mit dem Ronald Jurst zusammen. Und dafür bin ich gerne in dieses Podium gekommen, freue mich sehr auf die Diskussion. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe mich auch für die Zusage gefreut. Es war quasi die letzte, die diese Woche noch reingeflattert ist und damit unser Podium kompletiert hat. Und dann geht es auch gleich weiter mit Christina Wey, Bündnis 90 Die Grüne, auch Vizefraktionsvorsitzende der Leipzig-Fraktion und dort Verkehrsexpertin. Wenn Sie auch noch ein, zwei Sätze richtig stellen oder erweitern möchten. Richtig stellen muss ich nichts. Herzlichen Dank für die Einführung. Vielleicht noch so viel. Ich bin erst seit dieser Legislatur Stadträtin, also seit einem Jahr hier sehr aktiv im Geschäft und war davor aber schon zehn Jahre im Südwesten Stadtbezirksbeirätin und habe insofern dort schon auch einen ganz guten Überblick, wie Politik und Leipzig und auch vor allen Dingen hier die Verkehrssituation funktionieren. Ja, vielen Dank. Das ist eine schöne Überleitung zu Herrn Thomas Dienberg, der auch, sage ich mal, vielleicht nicht neu in der Politik oder Stadtverwaltung ist, aber in Leipzig dann schon, nämlich unser Baubürgermeister seit diesem Jahr. Wenn Sie auch noch ein Wörtchen sagen möchten, bitte. Ja, ich sage auch gerne ein paar Worte zu mir. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin hier auch gerne gekommen. Ich bin seit gut sieben Wochen jetzt hier in Leipzig in der Funktion, kenne Leipzig durchaus aus anderen Perspektiven auch und bin Raumplaner von der Ausbildung her, habe relativ viel Erfahrung in Bau- und Planungsverwaltung und habe mich intensiv mit dem Thema Verkehrswende befasst, auch an meinen vorherigen Wirkungsstätten und insbesondere, was die Entwicklung des Radverkehrs in Städten und vor allen Dingen Innenstädten angeht. Ja, Herr Dienberg, die Steilvorlage nehme ich dann auch gleich an und leite über zu Alexander John von, und da sind wir eben beim Radverkehr, dem ADFC Leipzig. Ja, hallo auch von mir. Vielen Dank für die Einladung und Einsatz zu mir. Ich bin schon seit mehr als zehn Jahren im Bereich Verkehrspolitik hier in Leipzig aktiv und habe daher auch ein bisschen Einblick gemacht, vor allem Radverkehrspolitik, aber auch ein bisschen ÖPNV. Ich saß mal eine ganze Weile im LVB-Fahrgastbeirat. Ja, das ist das Schöne. Man kennt sich ja auch teilweise schon durchaus auf dem Podium. Das gibt mir die Hoffnung, dass es auch durchaus konstruktiv wird, weil man sich die Bälle vielleicht hier und da auch zuspielen kann. Herr Dienberg, ich würde mit Ihnen gerne mal anfangen, da Sie ja als Baubürgermeister, sage ich mal jetzt von allen hier, den direktesten Einfluss auf die zukünftige Gestaltung der Stadt, was eben Baumaßnahmen angeht, haben. Und ohne direkt ein Detail vorlegen zu wollen, sondern erst mal so ganz allgemein, vielleicht Stichwort auch Unfallgefahr, versiegelte Flächen, Feinstau, was auch immer. Also dieser Themenkomplex lebenswerte Stadt, wie sehen Sie denn da Leipzig in Verbindung natürlich mit dem Thema Verkehr? Wie sehen Sie es momentan? Wie sehen Sie eine Entwicklung möglich? Ja, ich würde einfach erst mal versuchen, ein bisschen abstrakt anzufangen. Versuche das dann auch durchaus noch mal auf ganz konkrete Punkte hier, die mir hier in der Stadt aufgefallen sind, dann vielleicht auch zu fokussieren. Ich finde Ihre Fragestellung erst mal völlig richtig. Also die Frage, was ist eine lebenswerte Stadt? Und da spielt natürlich das Thema Verkehr eine ganz entscheidende Rolle. Da spielen aber auch natürlich andere Themen eine ganz entscheidende Rolle. Und das ist für mich die Frage, wie wir stadtplanerische Probleme angehen, nämlich wir sollten sie integriert angehen. Das heißt, dass wir bei einzelnen Problemen wirklich schauen, welche Fächer sind sozusagen betroffen. Da spielt der Verkehr eine Rolle, da spielt aber auch der Städtebau eine Rolle. Die Verteilung des öffentlichen Raums spielt eine Rolle. Da spielen Nutzungen an den Rändern eine Rolle. Und das ist dann immer auch ziemlich komplex. Und Ihre Frage habe ich jetzt so verstanden, inwieweit sozusagen Verkehr eben auch nicht oder sozusagen gegen lebenswerte Stadt arbeitet und agiert. Und das hat natürlich ganz viel mit Lärm zu tun. Das hat mit Luftverschmutzung zu tun. Das hat was mit Sicherheit zu tun. Und wie fühle ich mich im öffentlichen Raum eigentlich zu Hause als Verkehrsteilnehmer und nicht nur, ich sage mal, aus dem Blickwinkel einer ganz bestimmten Verkehrsart, sondern als Fußgänger, als Radfahrer. Und da nehme ich Leipzig durchaus aufgrund der Kompaktheit erstmal positiv wahr, weil das eine Stadt ist mit kurzen Wegen, weil das eine Stadt ist mit zum Teil einer hohen Dichte an Nutzungen und sozusagen für eine lebenswerte Stadt erstmal gute Voraussetzungen bietet auf der einen Seite. Auf der anderen Seite führt das natürlich auch für Dichte und führen kurze Wege natürlich immer auch zu einer unheimlich hohen Beanspruchung der Flächen, die dafür zur Verfügung stehen. Und das geht eben auch einher mit Themen wie zunehmendem Lärm, Verkehrslärm, aber eben auch mit Themen der Verkehrssicherheit. Und das sind für mich wesentliche Aspekte, die eine Rolle spielen. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass Leipzig auch verglichen mit anderen Großstädten wirklich gut aufgestellt ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht eben auch an ganz vielen Stellen noch Luft nach oben gibt. Und das ist ja auch eine Aufgabe, der wir uns im Rahmen der Klimaschutzbemühungen hier stellen, die im Übrigen auch in der Nachhaltigkeitsstrategie, in der Strategie zur Verkehrsmobilität 2030 eine ganz erhebliche Rolle spielt. Ja, vielen Dank. Da werden wir auf jeden Fall auch noch drauf kommen, auf das Thema Mobilitätsstrategie 2030. Ich würde jetzt nochmal das mit der Beanspruchung der Flächen aufgreifen. Das ist ja dann doch, also vielleicht, wer sich direkt was da sagen will, geht an Sie oder natürlich auch das ganze Podium. Die Frage ist natürlich ein Unterschied, ob da jetzt 20 Lkw in der Stunde drüber brettern und 150 Pkw oder halt dann doch eine Straßenbahn im Gleisbett, im gut gepflegten Gleisbett oder eben Fahrräder. Das macht ja durchaus einen großen Unterschied. Ist das auch so Bestrebungen, wo man sagen könnte, vielleicht auch Herr Elsässer aus Ihrer Sicht, dass hier ein Umdenken stattfinden muss, auch aus solch pragmatischen Gründen? Also ich denke, dass der Wert der Fläche, den wir in der Stadt haben, dass das der deutlich stärker ins Bewusstsein kommen muss über eine Inwertsetzung, über Gebühren für die Inanspruchnahme von Flächen, durch eine intensive Auseinandersetzung über die Nutzung von verfügbarer Verkehrsfläche. Wir kommen aus einer Situation, wo sehr viel Platz in der Stadt war, wo das alles nebeneinander irgendwie passte noch. Und wir sind jetzt sehr schnell in relativ kurzer Zeit in eine sehr viel stärkere Verdichtung hineingewachsen und müssen uns jetzt klar darüber sein, dass nicht genug Fläche da ist, um alles nebeneinander zu platzieren. Und ein Teil des Stapelns, ein Teil des Wegräumens aus dem öffentlichen Raum geht nur über eine Inwertsetzung. Und ich glaube, diese Debatte müssen wir führen, dass öffentlicher Raum einen Wert hat und dass man dafür auch etwas zahlen muss, wenn man den für sich privat in Anspruch nehmen will. Und das ist ein Prozess, der geht nicht so einfach. Das haben wir im Waldstraßenviertel gesehen. Wenn die Stadt etwas initiiert, was nicht bis ins Letzte gut kommuniziert ist mit allen Beteiligten, kann das nach hinten losgehen und man hält es vielleicht dann erstmal nicht durch oder man glaubt, es nicht durchhalten zu können. Also das heißt, bei diesen Paradigmenwechseln, die hier nötig sind, muss man sehr gut überlegen, wie man mit den Menschen so kommuniziert, dass das nachvollziehbar wird, dass das zumindest von einer schweigenden Mehrheit akzeptiert wird, wenn man keine Mehrheit dagegen hat. Man wird wahrscheinlich nicht bei Veränderungen an den Punkt kommen, dass eine Mehrheit dafür ist. Da stehen ganz viele Trägheitskräfte und Gewohnheiten dagegen, aber man kann Dinge verändern, wenn man keine Mehrheit dagegen hat. Und das muss man aber durch gute Kommunikation organisieren. Herr Middelberg, Sie blicken da ja natürlich wieder aus einer ganz speziellen Sichtweise drauf, nämlich ich würde es jetzt mal ein bisschen reduzieren auf Straßenbahnen, Busse. Ist natürlich ein bisschen verkürzt, aber eine Seilbahn haben wir jetzt leider nicht. Also mehr der Blick der LVB quasi. Sehen Sie dieses immer weiter steigende Autoaufkommen, Pkw-Aufkommen? Das ist übrigens das, was Sie auch meinten mit bezahlter Nutzung von öffentlichen Flächen, wahrscheinlich die Stellplätze für Pkw als Stichwort. Aber ist das für den Betriebsablauf zum Beispiel, wird es immer mehr zum Problem? Oder wie ist da eine Entwicklung zu sehen? Weil es wird ja mehr auf den Straßen letztlich, die Sie sich mit den Straßenbahnen teilen müssen. Da haben Sie jetzt einen Bogen gespannt von der strategischen Perspektive öffentlicher Raum. Wie geben wir den öffentlichen Raum den Menschen zurück? Hin zu Betriebsablauf. Ich will mal versuchen, das in umgekehrter Reihenfolge wirklich im Operativen nur ganz kurz zu beantworten. Natürlich ist es zum Beispiel in der Georg-Schwarz-Straße für uns betrieblich ein Skandal, wie viel Zeit verloren geht, weil irgendjemand nicht richtig parkt oder einparkt oder die Straße blockiert, weil wir einfach schlicht nicht mehr dran vorbeikommen. Da versuchen wir gerade mit gemeinsamen Schilderaktionen sowas wie Rücksicht überhaupt zu sensibilisieren. Das ist ein Thema. In der etwas weiteren Perspektive ist ganz eindeutig evident, dass die Verfügbarkeit von Parkplätzen und die Kostenwahrheit für Verkehrsmittelwahlen eine ganz zentrale Rolle spielen. Das heißt, wenn Bus und Bahn letztlich ja bei der Verkehrsmittelwahl sich auseinandersetzen mit kostenfreien Parkplätzen im unmittelbaren Innenstadtbereich. Und in Leipzig geht es von jeder Haltestelle auf dem Ring erstmal über eine Parkhauseinfahrt in die Stadt hinein. Das heißt, Menschen, die mit Bus und Bahn kommen, überqueren immer eine Parkhauseinfahrt. Das sind natürlich Wettbewerbsbedingungen, die wir uns deutlich anders wünschen. Das ist sicher so. Und in der längeren strategischen Perspektive würde ich den Blick tatsächlich nochmal auf Mobilität lenken, also über Bus und Bahn hinaus. Denn wir sehen ja eine Reihe, ich würde es mal etwas flapsig von Heilsversprechen nennen, sei es von Fahrdiensten, die dann zwar sagen, sie poolen Nachfrage, aber in Summe zu mehr Pkw-Verkehr führen und das automatisierte Fahren. Manche sagen autonom, ich hoffe, das passiert nie, sondern die Entscheidungen mögen immer noch Menschen treffen. Aber das automatisierte Fahren, das über ein Premium-Segment in den Pkw-Bereich hineinkommt und wenn ein Auto morgen dann ohne Fahrer nach Hause zurückkehren kann und das wird nicht Teil des öffentlichen Verkehrsangebotes, wird zum Mehrverkehr führen und wird Teil des Problems sein und nicht Teil der Lösung. Und nachdem wir unsere Autobahnen ein Stück zu rollenden Lägern gemacht haben, in der Logistikoptimierung, sollten wir einfach unsere Stadtstraßen nicht zu rollenden Parkplätzen machen, weil da laute leere Autos irgendwie auf der Suche nach Fahrgästen unterwegs sind. Das ist für uns dann auch eine LVB-Perspektive, weil wir uns als Mobilitätsdienstleister verstehen, auf den Weg gemacht haben. Und ich gebe gerne zu, wir sind noch an längst nicht allen Stellen am Ziel, überhaupt nicht. Aber wir haben mit der Mobilitätsplattform, mit der Idee Flexa in Wideritsch, näher an die Menschen ranzukommen, auch in zentrumsfernen Stadtgebieten und mit den entsprechenden Netzerweiterungsplänen, die wir ja auch dankenswerterweise im Stadtrat sehr intensiv unterstützt sehen, da sind wir Dienstleister der Stadt und machen uns hier auf den Weg. Das ist mal der Versuch, diesen großen Bogen, den Sie gespannt haben, zu bilden. Und Herr Böhm, wir haben in der Strategiekommission auf Landesebene gesessen und da gehen solche strategischen Bögen eben sehr schnell in den realpolitischen Modder. Aber das wäre dann nicht so sehr meine Rolle, das zu beantworten. Genau, das kommt dann auch noch, da kommt noch eine sehr kritische Frage in Richtung Politik dann und in Richtung Stadtverwaltung. Das aber hinten an, da seien Sie schon mal vorgewarnt. Oder sage ich mal, also eine kritische, keine bosartige. Das ist ja nur kritisch. Frau Wey, wenn Sie das so hören, also wie würden Sie denn jetzt als Grüne, Grünpolitik heißt ja schon, würde ich jetzt mal sehr verkürzt sagen, dass, naja, die Gesundheit, die Ökologie, die Natur, also auch das in der Stadt passiert, sehr weit oben auf der Agenda steht. Sehen Sie oder seht Ihre Partei das dann, sage ich mal, für mich verständlicherweise so, dass man sagt, okay, wir müssen weg von dieser Masse an Autos auf den Straßen? Die Masse an Autos auf den Straßen ist der eine Punkt. Den anderen, den ich dort unbedingt immer mitnennen möchte, wahrscheinlich denken Sie ihn mit, ist der ruhende Verkehr, der uns einfach den öffentlichen Raum dann zusätzlich blockiert. Und an dieser Masse muss sich tatsächlich etwas ändern. Und immer, wenn ich in anderen Orten unterwegs bin, achte ich sehr genau darauf, wie Mobilität funktioniert. Und die Erkenntnis ist am Ende, gemeinschaftliche Mobilität macht den größten Sinn. Je größer diese Stadt wird, je mehr Menschen hier wohnen, umso mehr müssen wir gemeinschaftliche Mobilität, sprich Straßenbahn und Bus nutzen. Und müssen darauf achten, dass wir möglichst wenig Fläche verbrauchen. Denn ich bin seit 1995 in Leipzig, ich kenne also diese Stadt wirklich mit noch sehr, sehr viel Freifläche. sehe ich jetzt, dass diese Freiflächen schwinden und dass ich Barrieren habe zwischen Straßenseiten, die ich, ich muss sehr oft die Tschochersche Straße als Beispiel überqueren, die ich zum Teil nicht mehr überwunden bekomme. Auch als nicht eingeschränkter Mensch. Da mag ich mir gar nicht vorstellen, wie das für alte Leute, für Kinder sein muss. Und das ist ein Problem, an dem wir auch als Partei hier arbeiten möchten und die Vision haben, dass die Stadt den Menschen gehört. Und zwar den Menschen, die sich draußen bewegen, die ihr Miteinander auch außerhalb ihrer Wohnungen leben wollen und müssen. Was wir jetzt auch in der aktuellen Zeit sehen, dass es mehr gewünscht, genutzt wird, dass man auch den Gefallen daran findet. Und gerade jetzt, finde ich, merkt man, wie der Platz bei uns sehr, sehr knapp wird im öffentlichen Raum. Ich weiß zum Teil nicht mehr, an welchen Stellen ich noch Straßen überqueren soll, wo ich mit einem Kinderwagen noch einen Platz finde und wie ich draußen im öffentlichen Raum zusammenkommen soll. Und deshalb beide Punkte, den Verkehr zu bündeln und sozusagen diese Straßenbarriere des fließenden Verkehrs aufzulösen und aber eben auch den ruhenden Verkehr tatsächlich deutlich zu minimieren und zu sagen, ich möchte diese Flächen auch wirklich sehr, sehr gerne für etwas anderes nutzen. Also das wäre meine bündnisgrüne Wunschvorstellung, auch tatsächlich dort sehr gern Raum umwidmen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, und ob es wirklich als Parkfläche gewidmet ist, das müsste man dann eben auch nochmal hinterfragen. Es ist öffentlicher Raum und wie wir eben schon hatten, er sollte wenigstens bepreist werden, aber ich finde auch, er muss freigelenkt werden für die Menschen, die sich dort aufhalten möchten. Haben Sie dann da eine konkrete Idee oder einen Gedanke, der vielleicht auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, in was man solche Flächen dann umwidmen könnte? Ich habe eine konkrete Idee, die ich schon seit längerer Zeit eher in einem privaten Bereich betreibe, gar nicht als Stadträtin, aber das wäre eine Vorstellung für mich. Es gibt eine sehr spannende Möglichkeit, aus Parkplätzen einfach alternative Flächen zu machen. Dazu sagt man Parklet. Und ich versuche hier gerade in Leipzig, im Übrigen mit sächsischen Fördermitteln, wir sind für das Projekt tatsächlich mit Fördermitteln bedacht worden, ein Parklet zu schaffen, gern auch mehrere. Wir haben da ganz konkret die Jörg-Schwarz-Straße im Blick, wo wir die nun auch gerade hatten, und einfach den Raum den Menschen zurückzugeben. Man kann auf diesen Flächen grün pflanzen, was man in Straßen, die wenig Straßen grün hat, drängend braucht. Ich habe Parklets schon gesehen. Da wurde einfach für die Kleinsten hinter, die werden dann baulich abgetrennt, wurde eine Sandkiste gebaut, einfach vor der Haustür in einem Quartier in Stuttgart, wo es wahnsinnig wenig Grün- und Aufenthaltsqualität für Kinder gibt. Man schafft in den USA auf solchen Flächen beispielsweise offene Büros, die jeder nutzen kann, die auch einen WLAN-Hotspot haben, beispielsweise tatsächlich Flächen zum Arbeiten, weil viele Menschen nicht genügend Räume zum Arbeiten finden. Also das ist so eine ganz, es ist eine spielerische, aber doch eine spannende Möglichkeit, um einfach in der Praxis zu sehen, was kann ich vor meiner Haustür tatsächlich tun und wie kann ich diesen Raum auch konkret anders nutzen. Das ist immer angelehnt an diese Idee des Parking-Days, aber sowas eben dann zu verstetigen. Und dazu gibt es durchaus Möglichkeiten, auch in einem Genehmigungsverfahren, es ist letzten Endes wie eine Sondernutzung von einer Fläche, ob ich sie nun als Parkplatz nutze oder als kleine Spielecke oder als eine Ecke für die Nachbarschaft. Das ist so ein konkreter Plan, was man tun könnte. Ansonsten vielleicht auch einfach Bereiche entsiegeln und Grün bepflanzen. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch vor dem Hintergrund des Klimawandels brauchen, tun sollten. Die Stadt erweitert ja gerade wieder massiv ihren Straßenbaumbestand und das könnte man ja durchaus noch weiter steigern mit noch mehr Standorten für Grün in den Straßen, die deutlich wärmer sind, wenn kein Grün dort steht. Herr Mittelberg und Herr John, da würde ich mal kurz noch mal eingreifen, weil mir zwei Gedanken direkt kommen. Also nehmen wir jetzt das Beispiel an Georg-Schwarz-Straße. Da ist jetzt das Problem nicht, dass es zu wenige Haltestellen gibt, aber gibt es an Sie jetzt mal so, sehen Sie da durchaus einen Vorteil auch für die ÖPNV, wenn versiegelte Flächen, von Autos versiegelte Flächen freigemacht werden, dass man dadurch auch mehr Möglichkeit hat, quasi Haltestellen geschickter zu platzieren, sinnvoller, effektiver zu platzieren, weil man nicht erst wieder ausweichen muss auf die nächste Insel irgendwo in eineinhalb Kilometern oder sowas. Und die gleiche Frage auch an Herrn John, wie schaut das da mit Radparkplätzen, Radstellplätzen aus? Ist das auch so ein Ding, was man genau hier einbauen könnte? Oder auch dringend? Ganz grundsätzlich sind zusätzliche Haltestellen im Leipziger Netz eine gute Idee, weil wir tendenziell zu große Haltestellenabstände haben, also zu weit weg von den Menschen sind. Auf der anderen Seite ist natürlich jeder zusätzliche Halt auch wieder ein Thema für Fahrzeit und damit Attraktivität. Wir haben, meine ich zum Beispiel in der Karl-Liebknecht-Straße in einem sehr aufwendigen Prozess, genau diese Aushandlungsprozesse ja mitgestaltet, auch gemeinsam hier zum Teil mit einigen Akteuren im Raum. Denn die Frage ruhender Verkehr ist ja auch nicht so einfach zu beantworten. Dort gibt es Anwohner, dort gibt es Anlieferverkehre, dort gibt es Kundinnen und Kunden, die parken, mit sehr unterschiedlichen Interessen. Und am Ende macht das ja Stadt aus, dass wir diese vielfältigen Nutzungen auf engstem Raum haben. Und wenn man ein Beispiel nimmt, wie die Innere Jahnallee, wo jetzt Parkplätze reduziert wurden in der Straße, damit die Attraktivität, und ich bin selber einer, für Radfahrer auf der Achse sicher gestiegen ist, in der Folge aber der Pkw-Verkehr im Prinzip auf die Gleisspur wechselt. Das heißt, für eine LVB ist im Moment der Vorteil nicht erkennbar. Ich sage jetzt gar nicht in der Bewertung, ob das richtig oder falsch ist, sondern aus einer reinen LVB-Sicht heraus muss man eben sehr genau in den Einzelfall schauen, bevor man diese Frage beantworten kann. Und ja, vielleicht soweit da zu der Einordnung. Also in der Tendenz ist es ein Gedanke wert, der hier und da sicher auch Sinn macht im Einzeldetail. Aber jetzt, man kann es nicht pauschal beantworten. Herr John, die Fahrräder. Ja, die Fahrräder. Die Fahrräder fahren jetzt in der Jahnallee nicht mehr vor der Straßenbahn. Das sollte sie eigentlich beschleunigen. Also in der inneren Jahnallee. Aber zum Fahrradparken als solches, selbstverständlich ist es hilfreich, im öffentlichen Raum Fahrradbügel zu haben. Und Pkw-Stellplätze kann man theoretisch auch umwidmen zu Fahrradstellplätzen. Es ist in der Vergangenheit ja auch häufiger passiert. Mittlerweile passiert das leider nicht mehr. Da gibt es einen Mentalitätwechsel oder einen Paradigmenwechsel in dem Verkehrs- und Tiefbauamt. Da werden jetzt immer erst mal Hochborde gesetzt, bevor man irgendwie Fahrradbügel draufsetzen kann. Das ist ein relativ teurer Prozess und ein zeitlich intensiver. Und das ist, glaube ich, unser ganz großes Problem in Leipzig. Wir haben ganz viele tolle Ideen. Wir haben ganz viele Maßnahmen, die dringlich gemacht werden sollten, die wir aber zum Teil seit 20, 25 Jahren vor uns herschleppen und nicht umsetzen. Also Leipzig hat ein massives Umsetzungsproblem, um vielleicht mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Aktuell wird ja die Bornasche Straße umgebaut. Diese Maßnahme ist aus dem Nahverkehrsplan 1998 und sollte spätestens 2005 umgesetzt sein. Ähnlich ist es mit der Rosa-Luxemburg-Straße, die aktuell umgebaut werden sollte. Die sollte auch 2005 schon umgebaut werden. Also man merkt, wir schieben sehr viele Sachen sehr, sehr lange vor uns her. Und wir haben entsprechend auch nicht die gewünschten Effekte. Also, dass der Kfz-Verkehr in Leipzig reduziert werden soll, das ist ja nicht neu. Das ist ja eine Idee aus den 90ern. Schon in den 90er Jahren kam das auf. Wir sind dahingehend aber nicht so erfolgreich, wie sich der Stadtrat das ja in den 90ern schon gewünscht hat. Und wir müssen schauen, wie wir Maßnahmen identifizieren, die relativ wenig Aufwand bedeuten, aber schnell umsetzbar sind. Beispielsweise die Bevorrechtigung der Straßenbahn ist in Leipzig ein Riesenthema. Normalerweise. Umgesetzt ist es nicht. Also wenn man jetzt mit der Straßenbahn durch Leipzig fährt, steht man im Prinzip an sehr, sehr vielen Ampeln. Es gibt ein Vorsignal. Wenn ich jetzt auch in der Bornaschen Straße, ich habe ein Vorsignal, also die Straßenbahn-Vorsignal, aber sie bekommt nicht grün. Sie steht bis der Kfz-Verkehr, also wie der Kfz-Verkehr und kann nicht fahren. Das sind die Zeiten, die am Ende dazu führen, dass Straßenbahn unattraktiv ist, als es sein müsste. Und das führt auch dazu, dass wir mehr Straßenbahnen einsetzen müssen, als wir eigentlich einsetzen müssten, wenn die Straßenbahn bevorrechtigt wäre. und das erhöht die Betriebskosten. Das ist also für die LVB auch ein großes Problem, würde ich mal spontan sagen. Aber da kann Herr Mittelberg vielleicht noch was zu sagen. Ja, gerne. Dann lassen Sie gerne auch beide Mikrofone an. Wenn es wild wird, gehe ich schon dazwischen. Das kann passieren, Herr Jo, bei uns, dass es manchmal etwas hitziger wird. Aber das ist das Gute, dass wir dann eben auch in solchen Runden immer wieder uns an Punkten treffen, weil es um ein gemeinsames Ziel geht. Und dieses von Ihnen zuletzt beschriebene Ziel ist ja auch im Nachhaltigkeitsszenario beschrieben. Erhöhung der Durchschnittsgeschwindigkeit bei Bus und Bahn. Und ja, wir verfehlen das gerade. Wir werden langsamer. Und das ist richtig eklig. Das kostet jetzt im aktuellen Planungshorizont vier bis fünf Millionen Euro in der Mittelfristperspektive, weil wir zusätzliche Fahrzeuge und vor allen Dingen eben auch zusätzliches Personal brauchen, wenn wir langsamer werden. Das ist ganz einfach von der Attraktivität für Kundinnen und Kunden mal ganz abgesehen. Ich möchte aber wirklich, und ich werde nicht müde, möchte sagen, ähnlich, Herr Dienbeck, wie Sie jetzt nach ein paar Wochen, sage ich das auch noch nach neun Jahren. Ja, wir können sagen, es geht zu langsam. Wir können aber auch uns die Frage stellen, wo kriegen wir denn Energie her, um weiter für diese gemeinsamen Ziele zu kämpfen? Und da werde ich nicht müde, uns einzuladen, in diesem Jahr zu sehen, dass die Rosa-Luxemburg-Straße gebaut wird, dass ein Gördlerring gebaut wird für rund 19 Millionen, dass ein Waldplatz gebaut wird, dass eine Bornasche Straße gebaut wird. Das kann uns auch, finde ich, den Mut geben, dass wir in die richtige Richtung unterwegs sind und Dinge auch schaffen hier gemeinsam, weil das nicht selbstverständlich ist. In einer Situation, wo wir gerade absehbar 18 Millionen unter Wasser sind als LVB, wo wir einen Rettungsschirm sehen, der auf 70 Prozent zusammengedampft wird. Wenn ich jetzt zu operativ werde, sehen Sie es mir nach. Das treibt uns einfach im Moment gerade um. Und wir schaffen es, in der Gruppe, gemeinsam im Teamplay, trotzdem weiter diese Invest-Offensive zu treiben. Und wir haben Konzepte, wie die Hauptachsen modernisiert werden können, wo wir im Kanal anfangen, dann die Medien auf der Energieseite mitverlegen, wo wir als LVB alleine mit 250 Millionen drin sind. Die Stadt ist Seite an Seite mit dabei. Wir reden über 650 Millionen bis 2030. Und das wollen wir aufrechterhalten. Ob das gelingt, angesichts der Diskussion, die gerade aus dem Landeshaushalt auf uns runterschwappen, ist eine Frage. Aber wir gehen eben auch so weit, in Richtung Netzerweiterung zu denken. Und die Energie, zumindest bei mir persönlich, kommt aus dem, was schon gelungen ist bis hierher. Wenn wir nur auf das gucken, da bin ich nochmal bei unserer Strategiekommission, wo wir gemeinsam gesagt haben, so könnte ein Wachstumspfad aussehen. Dafür brauchen wir eine Menge Energie nach wie vor. Und um die 70 Prozent Corona-Schadensausgleich auf 100 zu kriegen, brauchen wir auch noch eine Menge Energie. Und da fahre ich immer gerne am Gördlerring vorbei oder an der Rosa-Luxemburg-Straße, weil man einfach sieht, was da passiert. Herr Böhm, ich will gleich was sagen. Ich würde nochmal kurz das dazwischen schieben, weil also natürlich ist es aller Ehren wert, positiv in die Zukunft zu blicken. Aber Corona auch nochmal ein Faktor. Gar keine Frage. Die Sachen, die Herr Jonitz gesagt hat, sind ja schon ein paar Jährchen länger alt als die Corona-Problematik. Und läuft man nicht Gefahr, wenn man, sage ich mal, die Punkte, an denen man scheitert. Ich meine, jeder Mensch macht Fehler, darf man nicht vergessen, es ist menschlich, jede Firma besteht aus Menschen letztlich, jede Partei und so weiter. Aber ist es nicht einerseits, um die Menschen mitzunehmen und andererseits, um auch selber nicht wieder zu scheitern, nicht doch sinnvoll, auch sich genau das genau anzuschauen, wo man eben nicht weiterkam, wo eben diese Problematiken bestehen? Das wäre ein Missverständnis. Wenn ich so verstanden werde, dann bitte nochmal korrigieren. Was ich gesagt habe, ist, wir bauen in diesem Jahr die Rosa-Luxemburg-Straße, wir bauen die Bornaische Straße und jetzt zu sagen, gucke ich nach hinten und sage, das hätte aber schon früher sein müssen oder sage ich, mindestens das ist mal gelungen, das war mein Punkt, dass wir Fehler machen, zugestanden, dass wir noch nicht überall an der Stelle so weit sind, wie wir gerne sein würden, völlig zugestanden. Dass wir eine Dieskau-Straße haben, eine Waldstraße haben, eine Lärmentwicklung auf Großverbundplatten, die seit 30, 40, 50 Jahren eigentlich ausgebaut gehören, alles zugestanden. Die Frage ist nur, wo kommt der Antrieb her, einfach diese Dinge auch weiter zu verändern? Genau, da auf der anderen Seite ist natürlich, wo kommt dann die Sachlichkeit, aber das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber um die andere Sicht zu sehen, weil ich finde die schon wichtig, wo kommt die Sachlichkeit her, wenn man die Probleme nicht wirklich auch schmerzhaft analysiert letztlich? Wobei ich Ihnen gar nicht unterstellen will, dass Sie das in der LVP nicht tun, nur weil es jetzt eben auf der kommunikativen Seite ein bisschen runtergefallen ist. Na gut, aber da nochmal eben ganz kurz, die zeitliche Einordnung dieser Baumaßnahmen ist kein LVP-Thema, jedenfalls nicht alleine und jedenfalls auch nicht zu förderst. Also da gehe ich in jedes Projekt nochmal rein und gucke in die Chronologie, da sind wir gemeinsam unterwegs, aber ich will hier auch nicht das Finanzierungslamento singen. Wir sind hier mit dem Nachhaltigkeitsszenario seit Jahren unterwegs, wir haben klare Ziele gesetzt und wir tun tatsächlich eine Menge. Ich rede auch nicht über Corona an der Stelle, das können wir gerne tun, das treibt mich auch maximal um, aber unsere Infrastrukturprojekte laufen trotz Corona, das war mein Aus. Okay, Herr Böhme wollte was sagen und Herr Dienberg dann. Ja, ich will an Alexander John nochmal anschließen, also der ja gesagt hat, dass die ganzen Konzepte und Vorschläge und Ideen, die auch untermauert sind, ja schon seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegen. Also in fast allen Verkehrsbereichen gibt es ja Lösungsvorschläge zu ganz konkreten Problemen und oftmals wird es aber nicht umgesetzt, weil es die Bevölkerung oder auch die Stadtverwaltung zu träge ist oder zu lange braucht oder auch tatsächlich der Wille nicht da ist beziehungsweise auch Autolobby oder andere Verbände dagegen dann Sturm schießen. Und wir haben, mal kurz auf Landesebenen zu gehen, Herr Mittelberg hat es ja schon angesprochen, erst vor zwei Jahren einen Abschlussbericht zur ÖPNV-Strategiekommission für den ganzen Freistaat mit allen Verkehrsverbänden, Verkehrsexpertinnen und auch Politikern dort verhandelt und einen Abschlussbericht erstellt, der wirklich sehr konkrete Wachstumsszenarien für den ÖPNV vorsieht. Sehr gute Vorschläge, aber politisch ist davon noch nichts umgesetzt und vor allem noch nicht real. Das ist so ein Problem. Und wenn man auf die Stadtebene wieder runterschaut, haben wir das Problem, dass die LVB seit Jahren zu wenig Zuschüsse bekommen hat vom Stadthaushalt oder von der Querfinanzierung der LVV, was in anderen Städten im Vergleich bei Dresden doch auch schon anders ist. Die kriegen mehr Geld oder haben mehr Geld zur Verfügung und können auch mehr investieren. Und dann gibt es das dritte Problem, dass wir in Leipzig ja hier Millionen Infrastrukturrückstau haben an Baumaßnahmen. Also seit Jahren ist ja bekannt, dass es hier massiven Investitionsbedarf gibt und da ist leider eben weder vom Land noch genügend Geld von der Stadt, aber sie hat eben auch nicht genug Geld. Das ist ja das Problem. Das Land schon und gibt aber nichts. Das ist das eine Problem. Und das andere ist, da will ich Herrn Elser vielleicht nochmal widersprechen, als er vorhin sagte, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, es reicht, wenn man keine Mehrheit dagegen hat, dann ist es schon möglich, das umzusetzen. Ich glaube, dass es nicht so einfach ist. Also ich verstehe schon, was Sie sagen wollen im Sinne von, man wird nie eine Mehrheit vielleicht unbedingt bekommen für einen Radweg-Stadt-Parkplatz, das sage ich jetzt mal so, weil die Bevölkerung vor Ort vielleicht dann doch lieber den Parkplatz gewohnt ist und das beibehält. Aber ich glaube, damit können wir uns nicht zufrieden geben. Also da muss die Stadtbevölkerung und Leipzig hat eine sehr aktive Stadtbevölkerung dann auch lauter werden und auch ja aufschreien, denn wir haben den Verkehrskollaps in Leipzig, der bevorsteht, wenn die Stadt massiv weiterwächst, mit den Autoanzahlen. Wir haben die Klimakrise und viele andere Probleme und da müssen wir uns vielleicht auch einfach Vorbilder anschauen, wie es vielleicht in Berlin jetzt gerade der Fall ist. Da gibt es einen Volksbegehren zu einer autoarmen Hauptstadt in dem Fall, wo hunderttausende Unterschriften gesammelt werden. Sowas würde ich gerne in Leipzig auch mal erleben, dass man also die Bürgerschaft sich selbst aktiviert und zumindest für Stadtteile, also neben dem Verladebahnhof als Neubaugebiet vielleicht auch bestehende Stadtgebiete mal zum Thema autoarme Quartiere voranbringt. Wir haben natürlich auch ganz viele andere Initiativen, Critical Maths, das Stadtradeln vom Ökolöwen oder auch Fridays for Future, Parking Day. Das sind alles richtige und coole Dinge und das sind sehr viele aktive Menschen und ich glaube, die Stadtverwaltung und auch die Parteien in den Stadtrat hier müssen mehr auf solche Initiativen hören, aber vielleicht müssen die auch lauter werden und konkreter werden und vielleicht auch konkrete Projekte dann wirklich vorschlagen, also nicht nur die Forderung aufzustellen, sondern auch wirklich ganz konkret in die Tchorrische Straße oder Georg-Schwarz-Straße, die beiden Beispiele, die wir vorhin hatten. Also da gibt es ja Lösungen, die in der Schublade stehen, also warum müssen da auf beiden Seiten Parkplätze bestehen, sodass dann die Straßenbahn nicht mehr durchkommt beziehungsweise der Radfahrende oder die ältere Dame nicht mehr über die Straße kommt. Das sind ja Probleme, die bekannt sind und der Lösungsvorschlag ist eigentlich auch da, nur es fehlt der politische Wille und da muss man glaube ich lauter werden und da muss die Bevölkerung auch unterstützt werden, die dort vor Ort aktiv kämpft oder Fahrradbügel ist auch so ein Problem. Es gibt viel zu wenig Fahrradparkplätze am Hauptbahnhof, schon seit 20 Jahren und es ist noch nicht kein Parkaus dort entstanden. Das mangelt an Geld und an Platz, aber theoretisch kann man das schaffen. Oder auch, um noch zwei andere Punkte zu nennen, das ganze Thema Fahrraddiebstähle ist auch ein Problem, weil es womöglich zu wenig Bügel gibt, aber vielleicht auch zu wenig, ich will nicht sagen Kontrollen, sondern das Leipziger Modell der Fahrradregistrierung, also man kennt das ja hier aus dem Park, wenn man durch die Stadt fährt, gibt es ja diesen Bürgerdienst L.A., der Aufkleber auf die Fahrräder macht. Das ist ein Leipziger Alleinstellungsmerkmal, aber eher ein negatives, glaube ich, weil Forderungen von ADFC oder wie es andere Städte machen, da werden wirklich Nummern in das Rad reingeschweißt und nicht in den Aufkleber drauf gemacht, den im Zweifelsfall ein Dieb auch wieder abmachen kann. Und wir haben hier die höchsten Fahrraddiebstähle mit dem ganzen Bundesgebiet, wo auch eine Polizei scheinbar nicht ordentlich dazu arbeitet, stich auf das Fahrrad geht. Also wir haben ganz viele Probleme, die wir alle kennen, die wir alle wissen, nur es handelt zu wenig und zu lange dauert es. Und das ist so ein Problem, was mich massiv stört, weil dann nützen auch die besten Abschlüsse und Kommissionsberichte nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden. Herr Dienberg, Sie hatten noch eine Meldung? Ja, ich würde das gerne noch mal ergänzen, weil natürlich jetzt auch hier der Eindruck eben auch stark forciert wird oder geschildert wird, dass es einfach zu lange dauert. Und das ist ja richtig. Es dauert alles zu lange. Es müsste viel schneller gehen. Und das ist ein Thema, was wir natürlich als Vorwurf ganz oft hören, nicht nur von Ihnen, auch aus Teilen der Politik, aus der Bürgerschaft. Und da möchte ich einfach noch mal sagen, dass es eben, es dauert lange, ja, dass es aber nicht so ist, dass eben nichts passiert. Wir haben in den letzten vier Jahren in die Infrastruktur für den Umweltverbund 200 Millionen Euro investiert, in die Infrastruktur. Das heißt, da sagen viele möglicherweise, na ja gut, für mich jetzt nicht wirklich spürbar, aber die Maßnahmen, die sozusagen wir planen, sind Maßnahmen, die einen gesamten Straßenzug, einen Platz, verschiedene Quartiersstraßen umfassen, in denen sozusagen alle Rahmenbedingungen, die da aufeinander stoßen und die Interessenslagen, das wissen Sie ja alle, die sind da hoch, höchst unterschiedlich. Und das ist auch ein Thema, wofür wir uns Zeit ausbedingen. Im Übrigen, wo auch der Rat sagt, ihr müsst diese Beteiligungsschritte, zu Recht sagt er das, ihr müsst diese Beteiligungsschritte machen, ihr müsst es erklären und ihr müsst natürlich auch an der Stelle dann am Ende eine Lösung uns präsentieren, die dann auch was damit zu tun hat, dass es hier eine Maßnahme ist, die in das Nachhaltigkeitsszenario 2030 dann auch hineinpasst. Na klar, und das sind aber alles Themen, die brauchen einfach einen wahnsinnigen Vorlauf. Ich weiß, dass das nicht, ich sag mal, jetzt eine Auskunft ist, die unheimlich zufrieden stellt. Ich denke aber, dass wir das trotzdem immer wieder betonen müssen, dass das die Prozesse natürlich auch entsprechend träge macht. Ich kann auch gerne damit leben, dass es am Ende heißt, die Verwaltung ist träge. Aber es ist sozusagen auch das Thema des Aushandlungsprozesses. Und jetzt wollte ich doch noch mal was ganz Grundsätzliches sagen. Eben sagte jemand, ja, die MIV-Zahlen, die PKW-Zahlen, die Anmeldezahlen steigen. Ist auch in dieser Stadt so. Die steigen. Die steigen nicht nur, die Autos werden auch mal größer. Das sieht man ja, was die an Platz sozusagen brauchen. Auf einem Stellplatz kriege ich acht Fahrradstellplätze unter. Eigentlich ziemlich eindrückliches Thema. Und wir haben an ganz vielen Stellen genau das auch sozusagen als Ad-Hoc-Maßnahme auch gemacht. Das macht noch mal deutlich, dass es wirklich darum geht, den zur Verfügung stehenden Raum neu auszuhandeln. Und das ist eben, da zerren ganz viele dran. Und oftmals haben wir auch in Hauptverkehrsstraßen, wo wir eine Straßenbahnführung haben, die Diskussion, führt da die Straßenbahn auf einen eigenen Gleiskörper? Weil Herr Mittelwerk sagt, ja, das muss so sein. Wir wollen nämlich den ÖPNV stärken. Wollen wir auch. Umweltverbund muss gestärkt werden und die Straßenbahn muss deshalb komfortabel und zügig fahren. Wir haben ja gerade gehört, dass es eher im Moment eher anders ist. Dann kommen andere und sagen, ja, muss das denn so sein? Da gibt es ja einige Beispiele, auch im Waldstraßenviertel. Muss das denn so sein, dass wir diesen Raum, diesen öffentlichen Raum in breite Verkehrsschneisen packen und eigentlich wenig Aufenthaltsqualität, nicht wirklich schöne Räume entstehen. Das ist sozusagen eine gegenläufige Thematik und die kann man nicht einfach wegwischen. Das muss man auch ein Stück weit im öffentlichen Prozess diskutieren. Und dann kommt am Ende natürlich ein Ergebnis raus. Und das muss von der Politik entschieden werden. Und dieses Aufarbeiten des Prozesses und auch das Visualisieren unterschiedlicher Varianten und Möglichkeiten, das ist etwas, was einfach so leid mir das tut, was einfach eben auch Zeit braucht und auch manchmal, ich gebe es gerne zu, manchmal auch zu viel Zeit. Genau, ich würde kurz einen Satz dazu sagen und dann haben wir auch schon eine Reihe an Meldungen, vielleicht für den Hinterkopf. Also, dass Verwaltung nicht so schnell ist wie der Klimawandel. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, leider. Und das ist jetzt auch kein Vorwurf an Personen oder meinetwegen Strukturen. Das ist einfach eine Situation, die wir haben. Für den Hinterkopf vielleicht nur mal der Satz, weil ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig. Das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Wie kann man denn vielleicht auch als Bürgerschaft der Verwaltung helfen, bis hin zu Feuermachen, sage ich mal, damit Prozesse dann doch schneller gehen? Da würde ich jetzt aber gar nicht diskutieren wollen, sondern jetzt erst mal waren noch ein paar Meldungen. Herr Mittelberg? Ich möchte das Stichwort Nachhaltigkeitsszenario von Herrn Dienberg noch mal aufgreifen, um tatsächlich an einem Punkt, Herr Böhme, noch mal Widerspruch zu bringen. Nachhaltigkeitsszenario hat dazu geführt, dass substanziell die öffentliche Finanzierung von Bus und Bahn, von LVB ausgeweitet wurde. Und schon vorher hatte Leipzig höhere kommunale Mittel für den ÖPNV als Dresden. Warum ist das so? Weil um die 2000er Jahre herum Dresden massiv investieren konnte. Flut wünscht man sich nicht. Aber nach der Flut hat Dresden extrem kluge Entscheidungen getroffen. Es gibt in der Fördersituation Landesmittel in der Größenordnung 100 Millionen Anfang der 2000er Jahre, die substanziell das System Dresden nach vorne gebracht haben. Gleisnetz, komplett neue Fahrzeuge. Da liegt ein struktureller Unterschied zu Leipzig in der Attraktivität des Systems, auch in den Instandhaltungsaufwendungen. Und deswegen ist Dresden ein Schritt voraus. Und das heißt für uns tatsächlich, es ist nicht auf der kommunalen Ebene der Unterschied. Und es ist auch nicht auf der kommunalen Ebene zu lösen. Denn wir brauchen ein Land, das zur Verantwortung steht. Wir brauchen einen Bund, der jetzt das Bundes-GVFG, wie es heißt, aufgestockt hat, damit wir nicht am Ende höhere Instandhaltungskosten kommunal ausbaden müssen. Das, was Leipzig über Jahre machen musste, Tatras am Leben halten, über Beiwagen irgendwo, barrierefreie Krücken durchs Netz schleifen, alte Gleiszustände, die wieder auf die Radreifen zurückwirken. Das ist am Ende teures Geschäft. Das ist nur mal eine kleine Korrektur, weil da der Schlüssel aber liegt, auch in der Zukunft. Und weil uns das Sorgen macht, wenn wir in die aktuelle Politik gucken. Denn nicht nur ist aus der Strategiekommission nur buntes Papier entstanden. Es ist daraus ein Landesverkehrsplan entstanden, wo drinsteht, eine Infrastrukturstrategie müsse erst noch entwickelt werden. Da kann man schon mal an verbrannte Lebenszeit denken, für die Zeit in dieser Strategiekommission. Und wir haben konkrete Maßnahmen. Wir haben konkrete Maßnahmen, die sich im Nahverkehrsplan dann natürlich auch mit ganz klarer Beschlussfassung finden, wofür wir eine Kofinanzierung brauchen für diese Infrastruktur. Und die macht Attraktivität des Netzes aus. Frau Wey hatte direkt die nächste Meldung. Ich möchte noch mal gerne beim Blick in die Zukunft generell zur Mobilitätswende und zum Thema beschleunigte Umsetzung gerne Wert darauf legen, dass wir jetzt die Möglichkeit, die uns die für mich immer noch unzureichende Novellierung der Straßenverkehrsordnung vom Bund, aber doch eben mitgibt, dass wir im Verkehrsbereich Dinge temporär anordnen können, dass wir Verkehrsversuche machen können. Und ich sehe darin den Gewinn, dass wir damit die Menschen mit dem Praktischen tun, dabei mitnehmen, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern. Denn immer darüber zu sprechen, wie es theoretisch sein könnte, dann fällt es den meisten dann doch sehr schwer, sich das vorzustellen. Wenn man aber vor Ort sieht, wie die eigene Straße vielleicht temporär als Verkehrsversuch, wie ich ein Quartier habe, wo ich eine Tempo-30-Zone machen kann oder ein Fahrradstraßenquartier, wenn ich das jetzt dadurch eben deutlich schneller umsetzen kann, indem ich Versuche mache, glaube ich, können wir im täglichen Leben erfahren, dass die Mobilitätswende für uns tatsächlich ein Gewinn sein wird. Und ich nehme das auch wahr, dass das selbst Autofahrer, die sehr eingefleischt sind, so sehen, wenn sie das im praktischen Leben ausprobieren, sei es vielleicht mal zu Besuch in einer anderen Stadt oder eben doch mit einem Versuch vor der Haustür, dass man doch sehr, sehr schnell den Wert erkennt. Und man kann ihn eben nur dann erkennen, wenn er umgesetzt ist. Und deshalb brauchen wir diese beschleunigte Umsetzung. Die bringt eben tatsächlich die Zufriedenheit, die bringt, dass ich die Menschen mitnehmen kann. Und ich möchte, dass wir das in Leipzig fokussieren und sehr stark schauen, was können wir an Verkehrsversuchen, an temporären Maßnahmen machen, das auch wiederum den Vorteil hat. Ich kann auch hinterher schauen, wie hat es wirklich funktioniert? Wie kann ich es, wenn ich es in einen festen Bestand übersetzen möchte, mit einer großen finanziellen Investition, welche Fallstricke, die in der Praxis vielleicht erst zu Tage kommen, kann ich dann auch wieder ausbügeln und kann sagen, ich passe die Planung auch nochmal an. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dort jetzt dieses Instrument, was uns gegeben wurde, auch verstärkt nutzen können. Ich würde die Reihe dann gleich so weitergehen. Vorher noch, also Herr John hatte sich erst gemeldet, dann Herr Elsässer, dann Herr Böhm. Ich würde das dann aber als abschließende Kommentare erstmal zu diesem lockeren Block nehmen, da wir dann auch noch zu ein paar gerahmten Themen kommen. Herr John. Ich will nochmal auf ein konkretes Problem hinweisen. Die Infrastruktur in Leipzig wird auf Verschleiß gefahren. Es wird erheblich zu wenig gebaut. Um vielleicht mal so ein Gefühl zu bekommen, so eine Hauptverkehrsstraße wird theoretisch alle 40 bis 50 Jahre umgebaut. Wenn wir über das Jahr 2030 reden, reden wir über einen Zeitraum, wo man theoretisch alle Hauptverkehrsstraßen in Leipzig umgebaut haben müsste. Wir wissen heute, dass das definitiv nicht der Fall gewesen sein wird. Und wir haben ein Straßenbahnnetz, wo man sagt, alle 20 Jahre muss das Straßenbahngleis erneuert werden. Auch das schaffen wir nicht in Leipzig. Wir haben gut 300 Kilometer. Das heißt, wir müssen jedes Jahr 15 Kilometer erneuern. Ich weiß, Herr Mittelbergs, das sehen Sie anders. Die LVB machen es ja auch anders. Sie praktizieren es anders. Einfach, weil sie es nicht schaffen. Das heißt, wir haben deshalb ja auch ein relativ akutes Anwachsen der Langsamfahrstellen im Gleisnetz. Wir haben sehr, sehr viele Straßen, die in einem katastrophalen Zustand sind. Und das ist eben nicht nur die Dieskau-Straße oder die Schorresche Straße. Und wir müssen es irgendwie schaffen, diesen Prozess des Umbauens der Straßen in Leipzig deutlich zu beschleunigen. Und selbstverständlich ist es wichtig, auch die Diskussion zu suchen mit der Bevölkerung. Und die Politik ist diesbezüglich in Leipzig ja wirklich, hat sich ja grundlegend geändert. Die will das endlich. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir dahin kommen, dass auch tatsächlich mehr passiert. Also, obwohl sie ja ihre 200 Millionen Euro in den letzten vier Jahren umgesetzt haben, es ist deutlich zu wenig. Und wir scheitern, also Leipzig scheitert, wie viele andere Städte auch daran, dass sie nicht genug Baufirmen finden, um zu bauen. Also auch hier muss die Stadt Leipzig schauen, wie sie dahin kommt, dass sie mehr bauen kann, indem sie vielleicht einen eigenen Bauhaus sich besorgt oder so. Da werden wenigstens kleinere Sachen machen. Also, worauf ich nochmal hinaus machen will, wir brauchen eine Strategie, die einerseits natürlich die Vision im Blick hat und andererseits auch, wo man sagt, okay, wir haben, wir gucken mal das, was man sofort machen kann und versuchen, weil wir immer nur zu sagen, hey, das ist dann irgendwann 2030. Das ist zu lang. Das Thema Klimawandel ist ein ganz, ganz großes Problem. Und Leipzig erwischt das volle Kanne, weil wir immer noch keine Strategie haben zur Anpassung an den Klimawandel. Die gibt es nicht. Das ist nicht Ihr Defizit. Das ist auch nicht Ihr Dezernat, das das Defizit hat. Das ist ein anderes Dezernat. Aber wir müssen jetzt endlich mal zu Potte kommen. Auch wenn Sie jetzt mit den Fingern zucken, verständlicherweise vielleicht, weiß ich nicht, da sind Sie beide, glaube ich, tiefer im Thema drin, würde ich jetzt trotzdem diese Reihenfolge erstmal zu Ende machen. Das war erst Herr Elsässer, dann Herr Böhm. Aber wenn Sie abgeben wollen, ja gut, dann machen wir das so rund jetzt. Also, Herr Middelberg, guckst Sie dürfen. Dann sage ich meinen Kommentar noch kurz dazu, da können Sie gleich auch noch antworten, weil wir waren ja gerade bei den Stadtmitteln, die im Vergleich zu Dresden hier mehr wären. Ich wollte vorhin darauf hinausspielen, dass der Stadtrat sich doch vor zwei Jahren durchgesetzt hat, dass die Zuschüsse erhöht werden in Leipzig endlich und im Gegenzug zum Beispiel die Fahrpreise nicht mehr erhöht werden. Das war ja ein langer Kampf, den da auch die Linke zum Beispiel geführt hat und am Ende auch eine Mehrheit bekommen hat, dass die Fahrpreise nicht mehr erhöht werden und im Gegensatz die Zuschüsse vom Stadthaushalt bzw. vom Querverband bekommen. Und das hätte ich mir schon viel eher gewünscht. Das ist das eine. Ansonsten gebe ich Ihnen recht, und das ist ein Grundproblem in Sachsen, dass sehr viele Landesfördergelder nach Dresden fließen oder in der Region Dresden bleiben und auch nach der Flut tatsächlich viele Infrastrukturprojekte gebaut werden konnten, weshalb die Dresdner Verkehrsbetriebe zum Beispiel heute nicht mehr so einen hohen Investitionsbedarf haben wie vielleicht Leipzig. Wenn ich Sie richtig in Erinnerung habe, bei der ÖPNV-Strategiekommission haben Sie mal, glaube ich, gesagt, waren es 100 Millionen, die in Leipzig an Investitionsstau im Raum stehen, die gedeckt werden müssen. Und da braucht man natürlich nicht nur das Geld, sondern auch die Baufirmen. Der Herr Jonas hat es ja auch gerade gesagt, in den eigenen Bauhof finde ich da auch einen richtigen Vorschlag. Aber letztendlich muss das Geld, vor allem vom Land, dann auch hier mal nach Leipzig fließen. Und Rettungsschirm ist so ein Ding, was vielleicht auch noch zwei Sätze dazu, also Corona hat Einnahmeausfälle bei den Verkehrsverbänden in ganz Sachsen von über 100 Millionen Euro verursacht, weil einfach weniger Fahrgäste, Tagestickets gekauft wurden, die Bahnen aber trotzdem gefahren sind, teilweise mit größeren Fahrzeugen, also mehr Kosten, mehr Hygieneaufwand und so weiter. Und das Geld wurde bundesweit von den meisten Bundesländern zu 100 Prozent und eigentlich allen Bundesländern außer in Sachsen erstattet. Das heißt, das Geld kam vom Bund an die Länder und die Länder haben es weitergegeben und die Verkehrsverbünde zu 100 Prozent. Nur in Sachsen wird es zu 70 Prozent weitergegeben. Und der Rest müssen die Kommunen oder Verkehrsverbände selber machen. Und das ist so ein Grundproblem bei der Finanzierung in Sachsen, beim Thema Verkehr. Das ist einfach das Geld, Regionalisierungsmittel, zweite Thema. Es gibt also Bundesgeld jedes Jahr über 500 Millionen und davon gibt Sachsen halt auch nur 80 Prozent weiter an die Verkehrsdienstleistern. Das sind solche Probleme, wo dann eigenes Landesgeld nicht mehr genutzt wird oder hinzugegeben wird, um Schülerverkehr zu finanzieren oder um touristischen Verkehr zu unterstützen, sondern dieses Bundesgeld. Das sind einfach falsche Entscheidungen auf der Landesebene in dem Fall, die dann solche konkreten Probleme hier in der Kommune, selbst wenn es eine Mehrheit gibt und selbst wenn die Verwaltung dazu arbeiten will, ist am Ende vor allem am Geld mangelt oder an Firmen oder an konkreter Umsetzung. Das ist sehr schade. Bevor Sie antworten, würde ich gleich noch auch zum nächsten Thema überleiten, weil das quasi den ÖPNV sehr einrahmt, nämlich Tarifverhandlungen im ÖPNV gerade und überhaupt, also einerseits, man muss ja den ÖPNV für mehrere Personen attraktiv machen, einerseits für die Mitarbeiter und andererseits für die Kunden, was beides letztlich von der Wirkung, nehmen wir mal an, es bleibt wie es ist, Menge, Anzahl der Bahn und so weiter, letztlich übers Geld geht. Das nur mal schon als Bahn, wo es dann weiterhin geht, aber Sie hatten ja noch hier was zu klären quasi. Ja, das will ich gerne versuchen, um Ihnen dann den Ball auch wieder rüber zu spielen. In der Tat sind die 100 Millionen, Herr Böhm, die Sie sagen, aus der Strategiekommission eine Summe, die wir für die wachsende Stadt Leipzig brauchen, um über den Substanzerhalt hinaus in Wachstum investieren zu können. Und insofern sind diese 20 Jahre, die Herr John ansprach, für das Gleisnetz, selbst mit Blick jetzt auf den kaufmännischen Durchschnitt, der sich über Abschreibungen abbildet, zu niedrig. Die Abschreibungszeiten liegen höher und vor allen Dingen ist das natürlich ein Durchschnittswert. Von der Belastung der Strecke hängt ab, wann wir wo ins Gleisnetz rein müssen. Und insofern ist das Bild, das Sie beschreiben, eher das Bild der 2000er, 2010er Jahre. Seit mehr als fünf Jahren investieren wir weit über dem Substanzerhalt. Wir haben rund 55 Millionen, 60 Millionen Substanzerhalt-Investitionen pro Jahr. Und wir liegen seit Jahren darüber. Da verschiebt sich mal eine Straßenbahnbeschaffung. Deswegen schwankt das von Jahr zu Jahr ein bisschen. Aber wir sind nach vorne raus. In den Jahren immer über 100 Millionen. Das heißt, wir bilden Wachstum ab. Wie das in aktuellen Zeiten zu finanzieren ist, im Eigenanteil, mit fehlenden Rettungsschirmen, ist etwas, was uns gerade massiv umtreibt, wo im Moment der Konzern einspringt. Denn wir brauchen ja immer Eigenmittel. Und ich nehme mal das Beispiel Rettungsschirm für 2021. In 2021 kommt der Rettungsschirm nicht, Klammer auf, Niedersachsen hat ihn längst beschlossen für 2021. Und Sachsen ist immer noch bei 70 Prozent für 20. Kommt er in 2021 nicht, fehlen uns 8,5 Millionen Einnahmen. 8,5 Millionen gibt uns ein Kredithebel von 4,5, rund 35 Millionen Eigenmittel in die Hand. Unsere durchschnittliche Kofinanzierungsquote vom Land sind 50 Prozent. Das heißt, wir reden über ein Projektvolumen gerade at stake im Risiko von 70 Millionen Euro. Das ist die Realität, in der wir im Moment leben, aber nicht im Substanzverzehr. Das stimmt seit Jahren nicht mehr. Wir investieren deutlich mehr, als wir rein für den Erhalt brauchen, weil wir in die Wachstumskurve des Nachhaltigkeitsszenarios gehen. Mit größeren Fahrzeugen, mit mehr Fahrzeugen, Gelenkbusse, Stadtnormalbusse, zusätzliche Straßenbahnen. Und dann ist man an der Stelle, wo unsere Strategie steht für Investitionen in Qualität und Netz und Investitionen in die Menschen, also faire Mitarbeitervergütung. Dafür braucht es einen soliden Finanzierungsmix, und das hat Herr Böhm richtig beschrieben, wo man dann in Richtung Kundschaft, Nutzerfinanzierung, in Richtung öffentliche Finanzierung austariert, ist am Ende eine Entscheidung der städtischen Gemeinschaft. Der Politik, wenn man das etwas weiter fasst, das kann man so oder anders machen, aber jedenfalls braucht es Finanzierung der Eigenmittel. Und wir haben in der Vergangenheit beides geschafft. Wir haben eine Angleichung der Fahrervergütung, wir haben eine Dynamik in der Vergütung, aber da wollten Sie ja jetzt im nächsten Block hin, und ich will ja auch nicht zu hohe Redeanteile, da mögen Sie bitte darauf achten. Ich nehme nur wahr, es geht eben ganz viel über LVB gerade, und da bin ich gerne leidenschaftlich weiter dabei. Bremsen Sie das bitte. Ich bremse es jetzt noch nicht, weil es durchaus gerade noch ein Moment ist, der wirklich elementar ist und gerade an der ÖPNV hängt. Jetzt sitzt hier die Geschäftsführung und sagt, wir wünschen uns, dass auch die Mitarbeiter gut bezahlt werden, mal etwas verkürzt gesagt. Und auf der anderen Seite gibt es Demonstrationen der Mitarbeiter, dass sie gut bezahlt werden. Wie kommt das denn zusammen? Zunächst mal ist es ja sehr verständlich, dass Menschen gerne mehr verdienen, als sie heute verdienen. Und selbstverständlich sind die Interessen dort erstmal nicht gleich, weil als Unternehmen der Euro nur einmal ausgegeben werden kann. Und bevor er ausgegeben werden kann, muss er verdient werden. Insofern gehören Auseinandersetzungen auch durchaus legitim, Streik als Mittel, gehört zur Realität in Unternehmen, nicht nur im Nahverkehr. Mein Punkt ist, dass wir in der Vergangenheit jetzt in diesem Arbeitskampf falsche Behauptungen gesehen haben. Zum Beispiel erhöht ständig die Preise bei den Mitarbeitern, kommt nichts an oder wir verdienen seit 17 Jahren keinen Cent mehr. Seit 2009 bis 2019, also zehn Jahre, sind die Fahrervergütung im Durchschnitt um 27 Prozent gestiegen. 27 Prozent in diesen zehn Jahren. Wir haben durchaus mit der Nutzerfinanzierung in den letzten fünf Jahren signifikant zweistellige Millionenbeträge ins Unternehmen geholt, um diese Dynamisierung refinanzieren zu können. Wir haben den Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag seit Jahren aufgestockt, um den einen Euro eben zu vermehren. Also, es gibt zentral Bewegung, dass die Arbeitnehmerseite sich mehr wünscht, zugestanden. Auf der anderen Seite ist eben die Frage, wo kommt dann diese Finanzierung her? Es ist am Ende, wenn es öffentliches Geld ist, Steuergeld. Da haben wir die Verantwortung, damit verantwortlich umzugehen. Oder es ist Geld aus der Kundschaft, aus der Linieneinnahme. Auch da haben wir die Verantwortung, damit verantwortungsvoll umzugehen. Und insofern sind wir hier in einer Balance, die gilt es auszutarieren. Da sind wir gerade mitten dabei. Die Meldung von Herr John. Ich will noch eine andere Verantwortung benennen. Der ÖPNV ist in Leipzig der Dreh- und Angelpunkt der Verkehrswende. Je schwächer der ÖPNV ist, desto weniger wird es uns gelingen, eine Verkehrswende in Leipzig zu erreichen. Wir haben einen relativ hohen Fußverkehrsanteil. Wir haben perfekte Radfahrbedingungen, zumindest von den Ausgangsbedingungen her. Wo die Stagnation ist seit zehn Jahren, das ist halt im ÖPNV, da muss einfach mehr kommen. Da ist vor allen Dingen ein gewaltiges Potenzial da. Deutlich mehr Potenzial, als wir noch im Bereich Fußverkehr und Radverkehr haben. Wo natürlich alle auch hinschauen, Politik, die Bevölkerung ist halt auf den ÖPNV und wo man natürlich auch mehr erwartet. Also, so gesehen, lade ich Ihnen jetzt hier noch was Zusätzliches auf, aber wahrscheinlich haben Sie das auch selbst im Blick, Herr Mittelwerk. Ich versuche mal gerade erstens den Begriff Stagnation zu beantworten. Wo ist die Stagnation, wenn wir von 90 Millionen Fahrgästen Anfang der 2000er Jahre jetzt bei 160 Millionen Fahrgästen liegen? Wir sind in den letzten Jahren immer überproportional, gemessen an der Bevölkerung, im ÖPNV gewachsen. Das habe ich nicht als Stagnation gelernt. Vielleicht haben Sie einen anderen Begriff, aber das ist dynamisches Wachstum. Und wir haben übrigens 2013, 2014 an die Freunde der Deutschen Bahn mal eben sechs Millionen Fahrgäste im System abgegeben. Sie schütteln den Kopf, stimmen die Zahlen nicht? Ja, können Sie machen. Drücken Sie den Knopf, bis es rot leuchtet. Die Zahlen sind mir nicht bekannt, aber wenn die Bevölkerung wächst, wenn wir pro Familie eine höhere Anzahl an PKWs haben, dann nützen mir auch ihre Ziffern nichts. Das muss man ja dann in ein Verhältnis setzen. Und wenn die Bevölkerung zwischen 2010 und 2020 von 500.000 auf 600.000 gewachsen ist, dann müssen sie auch bestimmte Proportionen mitliefern. Und nicht nur irgendwelche, irgendwelche nehme ich wieder zurück, aber absolute Ziffern reichen da nicht aus. Da bedarf es dann schon noch mal, sich zu überlegen bei einer Verkehrswende, Verkehrswende, wie bleibe ich oder wie werde ich attraktiver gegenüber dem PKW? Und das fehlt mir. Herr Mittelberg, jetzt nehme ich die Einladung an, Sie zu bremsen. Den Bogen würde ich, können wir gerne mal halten für die Podiumsdiskussion, dann bei Publikumsfragen eben, weil das ist ja quasi schon eine. Bevor wir jetzt die anderen Themen komplett im ÖPNV verlieren, würde ich jetzt gerne noch mal, Herr Böhme wollte noch was zum... Ja, zum Streik wollte ich noch was sagen, aber vielleicht noch einen Satz. Ich glaube, Herr Mittelberg hat es so dargestellt, dass überproportional im Vergleich zum Bevölkerungswachstum das Fahrgastwachstum gestiegen ist. Also stärker gestiegen ist als das Bevölkerungswachstum. Aber das können Sie ja dann später noch mal ausführen. Zum Streik wollte ich was sagen. Also ich halte den Streik der Beschäftigten, bei all der LVB wie wie die ganzen anderen ostdeutschen kommunalen Verkehrsunternehmensbeschäftigten für angemessen, weil es geht hier um eine Daseinsvorsorge. ÖPNV ist aus meiner Sicht eine Daseinsvorsorge und müsste damit eigentlich auch als Teil des öffentlichen Dienstes bezahlt werden. In anderen Bundesländern, vor allem in Westdeutschland, ist das gang und gäbe, dass ein Beschäftigter, der in der Straßenbahn oder eine Busfahrerin ist, dass die Teil des öffentlichen Dienstes ist. Hier ist das nicht so und sie wird auch nicht danach bezahlt. Und wir haben massive Unterschiede in der Bezahlung von Ost und West. Und trotzdem Fahrpreise, um jetzt mal bei der Spitze zu bleiben, die vergleichbar sind im Bundesgebiet, dann nicht sogar auf hohem Niveau. Gleichzeitig haben wir viele Tochterfirmen, die in der LVB gegründet wurden, wo viele Beschäftigte, gerade wenn sie neu anfangen, am Anfang dort landen und eben nicht in den alten Tarifverträgen von der LVB von damals, die noch sehr gut bezahlt sind. Also ich finde, die Berechtigung zum Streik ist hier auf jeden Fall gegeben und die Beschäftigten haben auch meine Unterstützung daraus. Und ich will trotzdem aber sagen, dass nicht der Feind die LVB in dem Fall jetzt ist, weil das Problem ist, das Geld muss irgendwo herkommen. Und wenn die LVB kein Geld hat, aber die Infrastruktur ausgebaut werden muss, dann gibt es da Finanzierungsprobleme. Deswegen schiebe ich den Schwabfenpeter jetzt nicht der Unternehmensführung an sich zu, sondern einfach den politischen Entscheidungsträgern, die über auch Finanzen, Steuermittel in dem Fall und ÖPNV ist Daseinsversorgung, muss also auch von der Gesellschaft finanziert werden. Und wenn das zu wenig passiert, gibt es eben leider auch keine guten Löhne und keine gute Qualität. Und das ist das eigentliche Problem. Herr Elser, Sie haben noch eine kurze Meldung. Ich würde es gerne kurz halten, wenn es geht. Meine zurückgestellte, die vorhin eigentlich noch loswerden, das bezog sich eigentlich noch auf die Wortmeldung von Frau Wey und von Herrn Böhme. Aber zum öffentlichen Verkehr vielleicht noch einen Punkt. Wir müssten auch mit in den Blick nehmen, dass wir abhängig sind von dem Funktionieren eines Verkehrssystems im Umland. Wir haben sehr viel zunehmenden Pendlerverkehr in der Stadt und wir müssen uns auch auf Landesebene dafür einsetzen, dass das öffentliche Verkehrssystem im Land, in der Fläche attraktiver wird, dass das umgesetzt wird, was im Koalitionsvertrag drinsteht, dass ein dichtes, attraktives Plus-Bus-System nicht infrage gestellt, sondern deutlich ausgebaut wird, dass die Schnittstellen der Verkehrsträger deutlich attraktiver gestaltet werden, dass am Ende deutlich mehr Personen nicht mit dem privaten Pkw in die Stadt fahren, sondern tatsächlich vielleicht mit dem Rad zu Hause losfahren, dann in den öffentlichen Verkehr einsteigen und zu Fuß bis zum Büro gehen oder an einen anderen Ort, wo sie hinwollen. Dafür setzt sich im Übrigen das Netzwerk Verkehrswende Sachsen ein, was ein Zusammenschluss von allen Verkehrsvereinen in Sachsen ist und jetzt mit der Politik, aber auch mit der Landesregierung darüber streitet, dass wir die Finanzierungsgrundlage schaffen, dass solche Maßnahmen auf Landesebene besser umgesetzt werden. Zu diesen Investitionen ist ja schon einiges gesagt worden und wir werden es wahrscheinlich nicht kurzfristig wesentlich verändern können, auch wenn wir uns dafür einsetzen, was ausgesprochen richtig ist, dass wir das tun. Aber die Qualität der Verkehrsangebote hängt natürlich auch von vielen kleinen Maßnahmen, wo man vieles Kleines auch sehr viel schneller umsetzen könnte. Und das ist eben auch schon angesprochen worden, dass wir viel mehr durch Markierungen, durch Ausweisungen lösen können an kleinen qualitativen Verbesserungen. Und hierzu wäre tatsächlich eine fortlaufende Beteiligung der Betroffenen sehr, sehr wichtig, dass man in die Fläche reingeht, mit den Betroffenen vor Ort genau guckt, wo sind die Problemstellen, was lässt sich schnell verändern. Und an dem Punkt bin ich bei einem Instrument. Und Herr Dienberg, das wünsche ich mir tatsächlich von der Stadt, das hören Sie jetzt von mir zum zweiten Mal in dieser Woche, eine Leipzig-App, mit der man tatsächlich Problemstellen, die man wahrnimmt, sofort melden kann, sofort einspeisen kann in ein System, wo man dann als Verwaltung sehen kann, wo häufen sich diese Dinge, an welchen Punkten ist offensichtlich großer Bedarf. Und dort Prozesse zu beschleunigen, um dort zu spürbaren Verbesserungen zu kommen, die nicht Millionen kosten, sondern die mit tausender Beträgen zu machen sind, die im System vorhanden sind, wo tatsächlich die Verwaltungsabläufe einfach auch noch ein Stück schneller werden müssen, um solche kleinen Sachen umzusetzen, bis hin zu den Maßnahmen, wo man tatsächlich über zunächst befristete, vielleicht temporäre Veränderungen der Aufteilung des Verkehrsraums Situationen schafft, die man über langwierige Planungsprozesse vielleicht überhaupt gar nicht hinbekommt, aber die man durch das Schaffen des Faktischen, in die Welt setzt. Und ich sage mal, das Beispiel Georg-Schumann-Straße, wir hätten es in Leipzig wahrscheinlich heute noch nicht, die Situation, die jetzt geschaffen wurde, wenn das über einen langen Planungsprozess angesteuert worden wäre. Es ist über Ausprobieren, über Machen und gleichzeitig der Kommunikation, das ist ein Versuch, wir testen das, wir gucken mal, wie es geht. Da gab es am Anfang, wie oft erst mal einen großen Aufschrei, dass es so überhaupt nicht geht. Und nach wenigen Wochen stellt man fest, das geht wunderbar und man kann das auch fortsetzen. Und ich glaube, diesen Mut zur Veränderung, den brauchen wir. Und insofern meine ich das Richtung Marco Böhme, wir werden nicht darauf warten können, bis wir für jede Maßnahme eine fühlbare Mehrheit haben, sondern wir brauchen eine kritische Masse von Menschen, die es verändern wollen. und wir brauchen aber die Kommunikation in Richtung der Mehrheitsgesellschaft, dass das notwendig ist und wir brauchen Akzeptanz, damit es nicht zu einer Gegenreaktion kommt, wo man dann am Ende wieder sagt, oh, das war alles schwierig, jetzt lassen wir mal die Hände davon und machen auch das Nächste nicht, weil wir uns die Finger verbrannt haben. Also das muss sozusagen mit dazu gedacht werden. Herr John, Stichwort Kommunikation. Mögen Sie uns mal kurz die Ergebnisse des Bypad Audit 19-20 knapp kommunizieren? Ich gehe von aus, Sie haben es auf dem Schirm, oder? So, jetzt kann ich. Ich möchte nur einen Satz noch zu Herrn Mittelberg. In der Regel werden ja die Werte des Modals blit, das heißt der Anteil der Verkehrsmittel nach den Wegen als Grundlage genommen und da ist es so, dass der ÖPNV in Leipzig seit mehr als zehn Jahren im Bereich von etwa 17 bis 18 Prozent liegt. Das nenne ich Stagnation, insbesondere wenn man sich zum Ziel gesetzt hat, 25 Prozent zu erreichen. Das Bypad ist ausgesprochen Bicycle Policy Audit. Das ist ein Auditierungsverfahren, um die Qualität eines Systems, in dem Fall Radverkehr, zu bemessen. Und in Leipzig haben wir das im letzten Jahr gemacht und in diesem Jahr kam der Bericht dazu heraus. Und man muss feststellen, dass die Politik in Leipzig durchaus sehr gewillt ist, den Radverkehr zu fördern, aber es an der Verwaltung relativ viel scheitert, dass man da nicht so richtig vorwärtskommt, dass viele, viele Maßnahmen, die man sich 2012 mit dem Schluss des Radverkehrsentwicklungsplans auf die Fahnen geschrieben hat, nicht umgesetzt hat, obwohl es teilweise wirklich nur Kleinkram ist, die Umsetzungsquote liegt nur bei 26 Prozent und empfohlen wird beispielsweise, dass man ein Team für den Radverkehr schafft. Man kennt das aus der Stadt Frankfurt, Partnerstadt seit 1990. Die haben ein Team Radverkehr eingeführt und auch in Dresden gibt es ja ein Team, das sich um Radverkehr kümmert, wo man dann eben auch so kleinere Sachen zügig umsetzen kann. Natürlich sind solche Komplexmaßnahmen da nicht mit enthalten. Also wenn die LVB zusammen mit der Stadt die Bonnerische Straße umbaut, das wäre dann eine Komplexmaßnahme, aber zum Beispiel die Markierung von Radfahrstreifen, das Aufstellen von Fahrradbügeln, der Bau von Gewignasen, das ist eher eine Bordabsenkung, Querungshilfen, das ist so Kleinkram, das kann dann so diese Team Radverkehr machen. Dem sollte man unbedingt auch mindestens eine Planstelle für Kommunikation zustellen, weil die Kommunikation sowohl mit der Bürgerschaft, was den Eingang anbelangt, als auch natürlich die Kommunikation der Maßnahmen, die man umsetzt, ist relativ wichtig. Aber ich bin bester Dinge, dass der Stadtrat die Empfehlungen des Bypad gelesen hat und dass das auch seitens der Verwaltung auf Wohlwollen stößt und man diesbezüglich hoffentlich bald eine Veränderung vornimmt. Genau, ich würde noch was zum Beispiel dazu sagen. Es gibt vier Level, in die man das unterscheidet, wie positiv oder auch weniger positiv die Situation sein kann. Level 1 ist Ad-Hoc-Ansatz, also kurz gesagt, oh, jetzt mal schnell was gemacht. Level 2 ist der isolierte Ansatz, das ist zumindest nicht mal schnell was gemacht, aber wir machen da, wo es geht und alles andere strömt und verkürzt gesagt brummt drumherum. Wird nicht angetastet, mehr oder weniger. Herr John, Sie unterbrechen mich, wenn ich totalen Quatsch sage. Das dritte ist der System, Level 3 ist systemorientierter Ansatz. Den verglichen mit Level 4 integrierter Ansatz müssen Sie mir vielleicht schon auf die Sprünge helfen, aber es denke ich ein bisschen selbsterklärend, das integrierter Ansatz heißt, wo man integriert Fahrradverkehr in den Bestand dessen, was die Stadt hergibt und systemorientiert wahrscheinlich ein Stück dazwischen. Gut, danke, da habe ich mich jetzt nicht blamiert. Leipzig hat dadurch eine Gesamtnote von 2,3, also liegt ziemlich tief drin im isolierten Ansatz. Nur, dass wir mal gerade ein bisschen wissen, wo wir sind. Team Rad, Fahrrad, es gibt doch eine AG Rad bei der Stadt Leipzig. Wer weiß denn da mehr? Warum wird denn da noch ein Team gefordert, wenn es die schon gibt? Wir haben eine Arbeitsgruppe, Radverkehr, da gehören neben den Vertretern der Verwaltung auch entsprechend ADFC dazu, sind weitere Vertreter auch mit dabei und die kümmert sich natürlich auch um diese Themen und tragen das, was Herr John ja hier gerade auch ein Stück weit zu Recht anmerkt, dann auch in die Verwaltung hinein. Und das, was ich mir vorgenommen habe, ist in der Tat, dass wir in der Umsetzung von Maßnahmen, die nicht komplex sind, die kleine Maßnahmen darstellen. Herr John hat sie gerade eben schon mal genannt. Das sind ganz einfache Radwegeabsenkungen. Das sind Markierungsarbeiten an den Stellen, wo das geht. Wir haben jetzt den Corona gesehen, das geht an ganz vielen Stellen. Das geht natürlich in Zeiten von Corona deshalb an ganz vielen Stellen, weil entsprechend auch die übrigen Verkehre deutlich abgenommen haben. Aber das ist die Chance an der Stelle, dann das zu probieren. Das geht sicherlich nicht sozusagen ständig. Aber wir werden ein Team in der Verwaltung kreieren, was sich sozusagen um diese Umsetzungsmaßnahmen kümmert. Okay. Und dann jetzt mal gleich an die Stadträte beziehungsweise mit Stadtrat verbundenen Parteivertreterinnen und Vertreter. Herr Junhals behauptet, dass im Stadtrat das schon angekommen ist mit dem Bypad. Stimmt das denn? Oder wie ist da der Stand der Dinge und wie wird darauf reagiert? Und wir sind als Stadträte auch Teil dieses Audizierungsprozesses gewesen. Und uns liegen selbstverständlich die Ergebnisse vor. Wir haben aber in dem Sinne keine Ratsbefassung, keine Ausschussbefassung zurzeit mit dem Thema, sondern wir ziehen im Prinzip als Fraktionen unsere Schlussfolgerungen daraus und lassen die den Input und auch die Erkenntnisse daraus im Prinzip zurzeit nur in unsere eigene Ratsarbeit einfließen. Also es gibt keine Beschäftigung als große Ratsvorlage mit dem Bypad. Ich denke auch nicht, dass das noch kommt. Wenn nicht, freue ich mich. Also wenn doch, freue ich mich. Dann mal so gefragt, ohne jetzt die ganzen Mechanismen zu kennen, können Sie das dann nicht auch anstoßen? Oder ist das funktional nicht möglich? Oder wie werden Sie sagen, Sie freuen sich, wenn sowas käme? Warum kommt es nicht? Wo ist da der Punkt? Wir sind im Moment an dem Punkt, dass wir tatsächlich daraus unsere eigenen Erkenntnisse noch ziehen. Also Sie haben ja gerade gesagt, es kommt gar nicht. Bitte? Sie haben ja gerade gesagt, es wird gar nicht kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja etwas anderes dann. Nein, genau. Wir arbeiten als Fraktion mit dem Ergebnis und arbeiten aber nicht als Stadtrat. Dem folgt ja keine Beschlusslage. Es ist eine Auditierung, die eine sehr, sehr formale Auditierung ist, wie das auch in der Industrie passiert. Dieser Prozess war sehr abstrakt. Der wird ja eben bundesweit, ich glaube aber sogar europaweit angewandt, wenn Kommunen das wünschen. Und das hat ja keine Beschlussqualität in dem Sinne. Wir müssten daraus etwas ableiten, was eine Beschlussqualität hätte. Das müssen wir an der Stelle aber nicht. Denn die Sachen, die wir als Stadtrat als Konzepte beispielsweise entscheiden, die entscheiden wir ja mit anderen Vorlagen, wie eine Hauptnetzradplanung, die wir jetzt gerade durch den Rat hatten oder eben dem Radverkehrsentwicklungsplan, der fortgeschrieben werden muss, um nur zwei Beispiele zu nennen. Also die Auditierung ist einfach nur eine Auditierung des Standes des Radverkehrs in der Stadt. Also auditiert ist ja auch die Stadt Leipzig. Das ist keine politische Auditierung. Das ist klar, aber das war ja die Frage, warum dann jetzt, also das, was Sie gesagt haben, dass da sollte jetzt ein Paket folgen, das dann wirklich politisch in die Umsetzung gerät. Aus Ihrer Sicht schade, dass es nicht kommt, so habe ich es verstanden. Und deswegen die Frage, warum du die Politik jetzt, wäre es vielleicht auch an Sie die Frage, dann nicht dafür sorgen, dass dann so ein Paket auf Basis dieser Daten quasi dann auch wirklich eine beschlussfähige und so weiter Prozess, ich bin kein Politiker, wie gesagt, ich kenne die einzelnen Details nicht, deswegen die Frage vielleicht so ein bisschen fluffig. Genau, das ist ja, was ich sagte. Es ist eher jetzt unsere Aufgabe, damit umzugehen, meiner Meinung nach. Und es fließt, die Erkenntnisse daraus fließen ja in unsere aktuelle politische Arbeit ein. Und das Große, was daraus entstehen könnte und was auch in dem Auditierungsprozess ganz klar war, ist, dass wir den Radverkehrsentwicklungsplan weiterentwickeln wollen, müssen und sollen. Und das tun wir ja auch. Also es ist eher dieser Background, ob man das nochmal im Großen, das müsste man vielleicht eher sagen, okay, man macht dazu eventuell eine aktuelle Stunde im Stadtrat, also man könnte es noch politisch debattieren, aber dort ein großes Konzept, eine große Entwicklung zu machen, dafür ist der Auditierungsprozess gar nicht vorgesehen gewesen. Diese großen Dinge tun wir ja sowieso an anderer Stelle leisten, wie ich eben die Beispiele gebracht habe. Also das ist ja kein politisches Konzept. Also nochmal, deswegen... Na gut, das ist eine Fehlerauflistung quasi, eine Vorteils- und Fehlerauflistung. Ein bisschen fehlerhaft, wenn man beim isolierten Ansatz ist letztlich. Also kein Lob, sondern eher eine Rüge mit sehr vielen Details. Herr Böhme, Sie sind ja da quasi auch ein bisschen mit drin, ist das richtig, auch im Empfindungsprozess politischer Natur? Also ich bin nicht Teil der Stadtratsfraktion, aber ich arbeite im Arbeitskreis mit, der die Stadtratsfraktion da unterstützt. Ansonsten bin ich ja Landtagsabgeordneter und da gibt es auch immer Empfehlungen, Berichte und externe Vorlagen, wo Mängel dargestellt werden. Das ÖPNV-Strategiekommissionspapier war vorhin das Beispiel, wo also externe Experten was machen. Und bei diesem Auditierungsverfahren, worum es jetzt geht, ist das auch etwas, was von externer Seite erstellt wird, dargestellt wird. Und dann können natürlich die Fraktionen, aber auch eine Verwaltung oder eine Regierung auf Landesebene daraus Vorschläge ableiten. Und das passiert aber tatsächlich im Alltagsgeschäft, hat sie ja auch gerade nochmal so dargestellt. Ja eh. Und was mich jetzt vielleicht nochmal, was ich ansprechen möchte, weil hier drei Themen vorhin auch schon mal gefallen sind, das Thema Corona oder auch Herr Dienberg hat ja vor einer halben Stunde war es, glaube ich, nochmal das Beispiel gebracht, habe ich ja vorhin noch mal aufgeschrieben, dass man aus einem Pkw-Stellplatz kann man ja acht Fahrradstellplätze oder Parkplätze draus machen mit Fahrradbügeln. Das Modell gibt, also das wären so Punkte, die man zum Beispiel ansprechen könnte als Fraktion. Wir wollen mehr von solchen, also weniger Autoparkplätze und mehr Fahrradparkplätze auf der Straße. Wäre ja so ein Modell, was man fordern könnte als Fraktion oder als Stadtverwaltung und dann dem Rat zur Entscheidung vorlegt. Und bei diesem konkreten Fall jetzt Fahrradbügel statt Autoparkplätze, ist es ja ein Modell, was in Leipzig schon mal funktioniert hat. Im Innenstadtbereich wurden ja tatsächlich Parkplätze entfernt. Da sind nicht die Parkhäuser, meine ich, sondern die auf der Oberfläche öffentlichen Parkplätze und dann Fahrradbügel hingebaut. Aber sobald man irgendwie in die normalen Stadtteile geht, die jetzt keine Innenstadt sind, findet man sowas nicht. Und das ist schon ein Problem, was mich auch echt ärgert, weil es gibt sehr viele Geschäfte, Läden, Quartiere oder auch Bürger drinnen, die ja wirklich nicht diese Autolawine vor ihrer Wohnungstür haben wollen, sondern tatsächlich Grünraum, einen Radweg oder eine Parkbank, einen Baum. Also was man ja beim Parking Day immer beobachten kann, was man daraus macht. Das wäre so ein konkreter Vorschlag, das umzusetzen. Ich finde, dass es nicht nur für die Innenstadt sowas künftig beantragbar oder möglich und umbaumäßig ist, weil derzeit geht es nur in der Innenstadt, wenn überhaupt noch. Ich glaube, es wurde sogar ganz zurückgenommen, dass dieser Umbau stattfindet. Und das ist schon ein Problem. Und andere Dinge, Corona. Wir haben jetzt erlebt, dass auf einmal Autofahrspuren reduziert werden können, um zum Beispiel Fußgängerinnen oder Fahrgästen an der LVB-Haltestelle mehr Platz zu geben. Das fand ich eine super Sache. Oder auch zusätzliche Radfahrstreifen zu schaffen. Wunderbar. Die sind aber wieder weg. Das ist nur ein vorübergehendes Instrument gewesen, wobei Corona ja auch nicht weg ist. Also eigentlich müsste man das jetzt alles wieder aufbauen, wenn die Zahlen jetzt wieder nach oben gehen. Und eigentlich bin ich dafür, dass es dauerhaft so bleibt. Dass man also auch darüber reden kann, dass endlich eine Fahrradfahrspur auf dem Ring existiert. Und dass ja eigentlich auch schon mal Gerichte eingefordert haben, dass da das Radfahrverbot gekippt wird. Das sind alles Dinge, die immer mal wieder nicht funktioniert haben. Obwohl die Vorschläge sagt, ich wollte schon alle auf dem Tisch liegen. Und das ist einfach höchst ärgerlich. Das ist jetzt natürlich eine Steilvorlage, wo wir gerade sind, um nochmal drei Stunden in dieses Thema einzutauchen. Ich würde es gerne machen. Ich hätte Zeit, aber ich denke mal, das geht nicht allen so. Deswegen jetzt erstmal noch zu diesem Thema Fahrrad. Falls Herr Elsässer oder Herr John da jetzt nochmal abschließend irgendwas noch gerade rücken möchte, will, soll, gerne, gerne auch kurz und knapp. Ist jetzt aber auch nicht zwingend nötig von meiner Seite aus. Sonst würde ich jetzt zum, für mich selber ist ein bisschen das Kopfschmerzthema genannt, übergehen. Herr Dienberg, das ist jetzt nicht auf, ich sage es jetzt mal so, auf Ihrem Mist gewachsen, sondern Sie sind jetzt jemand, der da einfach reingerutscht ist. Deswegen will ich Ihnen das trotzdem nochmal servieren. Die schon ein paar Mal angesprochene Mobilitätsstrategie 2030 und enthält, also wenn man die jetzt googelt auf der Leipzig-Homepage, da ist die ja kurz beschrieben, eine Seite eben dazu. Und da steht dann dieses schöne Zitat, mit Blick auf den wirtschafts- und motorisierten Individualverkehr stehen die Förderungen innovativer Konzepte und Modelle, Erhaltungsmaßnahmen im Straßennetz und die Aufrechterhaltung der Durchschnittsgeschwindigkeit im gesamten Stadtnetz auf heutigem Niveau im Vordergrund. Für mich heißt das so viel wie, also Wirtschaftsverkehr und motorisierter Individualverkehr sind schon mal Kern, ein Kern der Strategie. Und bloß nicht Tempo runterfahren. Also wenn ich jetzt sagen würde, 50 Prozent weniger Autos und dafür 50 Prozent mehr Fahrradfahrer, dann verlieren wir definitiv Durchschnittstempo. Das will man nicht, wenn ich das so verstehe. Wie kann sowas auch nur ansatzweise ein Beitrag im Kampf gegen Klimawandel zu einer Leipziger CO2-Neutralität oder auch eben dem heutigen Thema Verkehrswende sein? Ich glaube schon, dass Sie das nicht richtig verstanden haben. Ist möglich, klar. Ja, wir haben ja verschiedene Szenarien damals diskutiert, war, wie gesagt, vor meiner Zeit. Es war ein Nachhaltigkeitsszenario, für das hat sich der Rat, ich glaube, einstimmig entschieden. Wir haben ein Fahrradstadt-Szenario vorgestellt, wo der klare Schwerpunkt auf den Radverkehr gelegen ist. Wir haben damals in diesem Szenario mit einem Modal-Split für den Fahrradverkehr von 27 Prozent gerechnet. Wir sind heute bei 18 in Leipzig. Wir haben ein ÖPNV-Vorrangszenario durchdekliniert. Wir haben ein Fortführungsszenario vorgestellt, also wenn man im Grunde nicht viel ändert. Wie sieht es dann sozusagen von den Entwicklungen der einzelnen Verkehrsträger aus? Wir haben aber auch ein Gemeinschaftsszenario damals skizziert, also wo sozusagen soziale Aspekte im Vordergrund waren. Stichwort 365-Euro-Ticket. Der Rat und die damit befassten Ausschüsse, die haben das sehr intensiv und ich glaube auch sehr ernsthaft diskutiert. Und wir haben uns am Ende einstimmig für das Nachhaltigkeitsszenario entschieden. Und dieses Nachhaltigkeitsszenario heißt, dass die Förderung auf dem Schwerpunkt des Umweltverbundes liegt, also auf Fußgängerverkehr, Radverkehr und den ÖPNV. Wir haben in diesem Szenario bis 2030 ein Investitionsvolumen allein für den ÖPNV von 850 Millionen Euro errechnet. Wenn man das ernsthaft so erreichen will, dann ist das die Quote, die man für den ÖPNV investieren muss. Aber wenn ich da gleich mal fragen darf, ist das eine theoretische Zahl, die man bräuchte oder ist das eine Zahl, die man auch faktisch dann als Geld bekommt? Nein, das ist eine Zahl, die man natürlich braucht, um es sozusagen so zu erreichen. Und Herr Mittelberg hat eben mal die Rahmenbedingungen dargestellt, ganz aktuell, wie wir sie haben, in den Förderszenarien von Land, von Freistaat und Bund. Und das sind sozusagen die anderen Realitäten, wo es Aufgabe von Verwaltung und natürlich auch Politik ist, das miteinander abzukoppeln und auch wieder abzugleichen. Insofern heißt es für uns ja nicht, dass wir von den Zielen sozusagen ablassen, sondern wir müssen weiter dafür arbeiten, dass wir das an der Stelle erreichen. Ihre Frage ging ja dahin, ich habe das so verstanden, dass die Durchschnittsgeschwindigkeiten des Gesamtverkehrs eher an den heutigen Geschwindigkeiten gehalten werden sollen. Genau, das ist das eine. Und eben auch diese Betonung des wirtschafts- und motorisierten Individualverkehrs. Nein, es sind im Grunde für alle Verkehrsarten im Rahmen dieser einzelnen Szenarien und dies ist das Nachhaltigkeitsszenario, sind Aussagen gemacht worden. Und hier liegt eindeutig nicht der Schwerpunkt auf dem Wirtschaftsverkehr und auch nicht auf dem MIV. Es ist aber auch andersherum eine klare Ansage, dass das Nachhaltigkeitsszenario den MIV nicht auf Null setzt. Das ist völlig klar. Der MIV ist in diesem Nachhaltigkeitsszenario von jetzt 42 Prozent auf in 2030 30 Prozent runtergesetzt worden. Und das ist auch ein, ich sage mal, ambitioniertes Ziel, was man auch nur durch entsprechende Investitionen erreichen kann. Herr John wollte was sagen. Ich will jetzt noch was dazwischen schmeißen, weil wir jetzt schon natürlich überzogen haben. Ich würde diese Pause weglassen, die angekündigt war. Wer auf Toilette muss, geht halt einfach und kommt wieder. Und bevor ihr noch antwortet, würde ich noch was dazwischen schmeißen. Ich kenne die Zahlen nicht. Mir wurde es aber von mehreren Seiten so angetragen, dass die angedachten Georg-Schwarz-Brücken, die etwas überspitzt gesagt eine versiegelte, riesige Betonfläche mit einem großen Möglichkeit von schwer verletzten Fahrradfahrern ist, wenn man sich das mal so von oben anschaut, wie das geplant ist, dass das ein Großteil des Geldes, der Gelder für die Mobilitätsstrategie 2030 auffressen soll. Ich sage jetzt ganz bewusst soll, weil ich da jetzt nicht so faktisch tief drin stecke. Mit dem Gedankengang, weil da glaube ich auch im Publikum hier und da ein paar Leute sind, die da noch mehr zu wissen oder wissen möchten, würde ich jetzt auf Herrn John überleiten und dann automatisch auch die Publikumsfragenrunden eröffnen. Ja, die Georg-Schwarz-Brücken sind in einem nicht so guten Zustand und sie werden neu gebaut. Der Spaß wird ungefähr 50 Millionen Euro kosten. Die beiden Brücken werden dann auch breiter, von heute 18 Meter auf 38 Meter, also mehr als verdoppelt. Und wenn man so viel Fläche schafft, dann kostet das natürlich auch Geld. Kalkuliert sind aktuell etwas um die 50 Millionen Euro, wenn man so eine Vorstellung hat. Die 800 Millionen Euro standen ja vorhin auch schon mal im Raum für die Mobilitätsstrategie 2030. Ich wollte eigentlich direkt was zu Herrn Dienberg sagen. Er hat wahrscheinlich noch die Zahlen von Göttingen im Kopf. Beim Model Splitz sind wir beim MIV nicht ganz so schlimm, wie Sie es jetzt gerade dargestellt haben. Also es sind 36 Prozent, nicht 42 Prozent, aber die Antwort auf alles ist 42. Ja, die Antwort auf alles ist 42 in diesem Sinne. Ja, und das Ziel ist tatsächlich 30 Prozent. Und wenn die Anzahl der Menschen in Leipzig weiterhin steigt und Leipzig eine florierende Stadt ist, steht zu befürchten, dass halt mehr Auto gefahren wird und mehr Autos bedeutet auch, dass sie sich gegenseitig im Weg stehen, also noch mehr als heute. Und das würde halt die Durchschnittsgeschwindigkeit senken und zwar für alle, nicht nur für die Autos, sondern auch für die FVB und für den Rheinverkehr und so weiter und so fort. Und deshalb muss der Anteil der gefahrenen Fahrten mit dem Auto gesenkt werden. Das ist so die Grundüberlegung. Und das ergibt am Ende die Durchschnittsgeschwindigkeit, die wir heute haben. Es gibt sehr positive Entwicklungen in Leipzig. Das muss man an der Stelle vielleicht auch mal hervorheben. Durch die starke Urbanisierung der letzten zehn Jahre haben sich die durchschnittlichen Wege in Leipzig deutlich verkürzt. Und das merkt man auch tatsächlich, wenn man in der Stadt unterwegs ist, weil wir tatsächlich sehr, sehr viele Straßen haben in Leipzig, auf denen heute deutlich weniger Kfz-Verkehr ist, als noch im Jahr 2008. Jetzt werden sich wahrscheinlich nicht so viele an das schlimme Jahr 2008 erinnern, aber tatsächlich ist es so, wir haben sehr, sehr viele Straßen, wo heute weniger unterwegs ist. Und das ist ja tendenziell erst mal eine gute Entwicklung und bietet natürlich gute Chancen, vieles für den Fußverkehr zu verbessern. Der Fußverkehr ist ja heute in Diskussionen irgendwie komplett hin und runter gefallen. Das ist leider unser Problem immer. Bei allen Diskussionsrunden, wir reden immer über den ÖPNV, weil er uns so sehr am Herzen liegt. Und wir reden über den Fahrradverkehr, weil das das Megathema ist. Und der Fußverkehr fällt leider viel zu oft hinten runter. Und gerade beim Fußverkehr haben wir ja auch noch wahnsinnige Potenziale. Wenn wir schöne, breite, gut begehbare Gehwege in Leipzig hätten, mit Bäumen gesäumt, Fahrradbügel am Rand, damit die Fahrräder nicht auf dem Gehweg rumstehen, dann wäre doch perfekt. Würde ich gleich noch einwerfen zu den Fußwegen. Das ist, glaube ich, besonders in Leipzig, auch für sicher Dienberg, wenn sie vielleicht noch nicht so viel wie manch andere, die halt schon länger hier sind, gelaufen sind, schieben sie mal einen Kinderwagen. In den meisten Straßen kaum möglich. Also da hat man diese Gehwegplatten, die sich halt mit der Zeit auch ein bisschen verschoben haben. Das ist für den Fußverkehr auch durchaus hässlich. Und ob man jetzt auch noch die Brücke zum Hundekot schlagen wollen, weiß ich nicht. Das würde weit gehen, aber es ist auch nicht doof, das mal erwähnt zu haben. Ich wollte jetzt aber nicht grob unterbrechen, sondern das nur schnell einwerfen. Ansonsten erkläre ich Ihnen noch schnell das Mikrofon. Sie haben vor sich diesen Block. Der hat unten am Fuß so einen, naja, den Schalter sehen Sie schon. Und wenn Sie draufdrücken, leuchtet es rot. Können Sie es auch wieder loslassen und dann aber auch bitte wieder danach wieder. Da drüben hat es angefangen, ja. Ich wollte noch mal die Geschichte mit der Stagnation aufgreifen von vorhin. Wenn wir in Sanierungszeiträumen denken von 20 Jahren, dann heißt das ja immer erst mal die Erhaltungssanierung des Netzes oder Modernisierung des vorhandenen Netzes. Für mich heißt Dynamik aber auch im Prinzip Anschluss der noch nicht erschlossenen Stadtteile oder Stadtgebiete. Ich selber komme gebürtig aus Angerkrottendorf. Das ist also speziell ein Stadtteil. Also da ist der ÖPNV regelrecht drum herum gebaut. Also es gab früher mal eine Straßenbahnlinie, die gibt es nicht mehr. Es gibt Pläne, die nach Mölkau wieder zu errichten und auszubauen. Aber generell, also ich glaube, es gibt mal dann zwei oder drei Trassen, die freigehalten werden zum Herzklinikum ist die eine und ich weiß es die anderen zwei nicht, wo also Straßenbahn geplant ist. Auch Schleusiger Weg ist noch ein Thema, aber so richtig. Ich sage mal zukunftsweisende Konzepte, dass ernsthaft Netzausbau betrieben wird, ist momentan nicht auf dem Schirm. Also man hört das eine oder andere Umbauprojekt, auch in Schönefeld, Mokau, die Streckenverlegung dort. Aber tatsächlich einen Netzausbau sehe ich momentan nicht wirklich. Ich verstehe das jetzt mal als Frage an Herrn Mittelberg. Da würde ich noch eine mit reinschieben, die aus dem Netz kam, nämlich Volker von der Janalee, sehr schön gegrüßt, auch unbekannterweise, meint auch, dass die Erreichbarkeit der Haltestellen viel wichtiger wäre als die Fahrzeitverkürzung. Aber ich denke mal, das hängt da jetzt ein bisschen mit drin. Letztlich denke ich, aus Kundensicht kommt es auf die Gesamtreisezeit an. Insofern ist die Erreichbarkeit von Haltestellen natürlich ein Kriterium, weil längere Wege zur Haltestelle dann natürlich ein Hemmnis sind. Das war der Punkt, wo ich eben ja schon auch gesagt habe, dem Netz Leipzig kommt eine Verdichtung Haltestellen im Wesentlichen sehr gut zu Pass. Bei der Frage Erschließung, Erschließungsqualität, gibt es auch klar identifizierte Räume. Gleichzeitig haben wir bezogen jetzt mal auf die Fahrgastzahl, wenn man das als Auslastung betrachten will, ein sehr gutes Angebot und sehr dichtes Netz. Und natürlich steht das dann wiederum in der Frage, bauen wir aus, steigt der Reinvest-Aufwand, steigt der Instandhaltungsaufwand. Und es gibt ja sehr konkrete, auch in der Priorität angeordnete Erweiterungsstecken, Mokau, Tegla Süd, Warenlink, wo es um eine Verbindung des Rathauswaren als Straßenbahnknoten dann Richtung S-Bahn geht. Wir reden über eine Verbindung über den Schleusigerweg, Südseene genannt, mit den darum ergänzenden Maßnahmen wie Brünner Tee. Also ich bin jetzt ein bisschen im Fachsimpeln, aber jedenfalls Netzergänzungsmaßnahmen, die eine Vermaschung herstellen. Die sind sehr klar geplant. Die sind übrigens, Herr Böhm, wann war das eigentlich? Das ist schon drei Jahre her jetzt, oder? Strategiekommission? Ja, also alle Maßnahmen, die im Nachhaltigkeitsszenario abgebildet sind, sind in der Strategiekommission Teil dieser 100 Millionen, 120 Millionen, wo wir dem Land diese Ausbaumaßnahmen vorgestellt haben. Also im beschlossenen Landtag für mehr Geld? Ich bin bei Ihnen. Im Gegenteil, uns erreichen gerade Informationen, dass selbst die vorhandenen Maßnahmen im Landesinvestitionsprogramm im Moment im Feuer stehen. Ja, und der Kollege Ronald Jurs ist gerade mit Chemnitz und Dresden zusammen beim Wirtschaftsminister und macht ein Investitionsprogramm für Sachsen, damit wir überhaupt in der Lage sind, mal das Geld am Bund abzuholen. Ja, und die Situation muss man mal verstehen. Auf Bundesebene liegen zwei Milliarden. In den Osten fließen gerade keine 20 Millionen davon, weil wir es nicht schaffen, und das geht eben über die Länder, eine entsprechende Antragstellung auf den Weg zu bringen seit drei Jahren. Das ist die Realität. Bei dem Thema Modernisierung Hauptachsen ist die Aufweitung für 240 breite Fahrzeuge drin. Das sind 72 Maßnahmen, abgestimmt mit dem VTA bis 2030. 72 Maßnahmen. Und insofern, an dem Punkt bin ich ein bisschen engagiert, wenn es um Stagnation geht. Wir haben Konzepte, wir haben Konzepte für Netzerweiterung. Wir bauen und auch da, bei allem Respekt, eine Könneritzstraße, eine Lützener Straße sind in dieser Komplexität Maßnahmen, die man in vielen anderen Straßenbahnstädten in Deutschland auch vergeblich sucht. Das gehört eben auch dazu. Und zur Ehrlichkeit beim Land gehört auch, wir haben die letzten Fahrzeuge mit 50 Prozent gefördert bekommen. Das finden Sie in Bayern und in anderen westdeutschen Städten auch nicht. Also das Bild ist immer etwas differenzierter, als man so glaubt. Aber wir haben einen Handlungsbedarf, nicht auf der konzeptionellen Ebene, erst recht nicht auf der Zielsetzungsebene, aber bei der Umsetzung. Und da darf es gerne deutlich schneller gehen, definitiv. Da hinten war die erste Frage, glaube ich. Nee, er war der erste. Mal eine Frage. War mal das Thema Seilbahn irgendwie so ein Thema? Also ich weiß, okay, Leipzig hat jetzt nicht viele Hügel, deshalb klingt es ein bisschen abwegig. Aber es gibt mittlerweile auch die Möglichkeiten, Seilbahnen eben vertikal zu führen und das möglichst geräuscharm. Und ich glaube, weil, also Leipzig hat jetzt ja keine U-Bahn oder so, also wie normalerweise andere Städte, also wo man einfach in den Untergrund gehen kann. Ich glaube, ein Problem, das Leipzig hat, ist die, also sind die Verkehrswege, also von dem her wäre doch der Gedanke irgendwie naheliegend sich, ja, wenn es nicht anders geht, über, also durch die Luft zu bewegen, wäre ja auch schön und geräuscharm. Wenn Sie sagen, U-Bahn-Systeme wie normalerweise andere Städte, kann man das so sehen? Wir waren eben bei der Frage Erreichbarkeit von Haltestellen und in europäischen Städten, verdichteten Städten Tunnelstationen zu bauen. Wenn Sie beispielsweise nach Hannover gehen, wo Sie dann auf der Minus-3-Ebene irgendwann Ihre Bahn erreichen, ist eine Entscheidung, die man wollen muss. Das macht Systeme sehr schnell, in Teilen auch attraktiv, aber wir sind weiter von den Menschen weg. Und wir sind in Leipzig, aus meiner Sicht, mit einer sehr, sehr guten Tradition als Straßenbahnstadt unterwegs. Und übrigens, Herr Dienberg, wir hatten ja schon beim ersten Bier klargestellt, dass der Mittelberg nicht überall den besonderen Bahnkörper fordert, ja, erst recht nicht in Gründerzeitquartieren, weil wir nah ran wollen an die Menschen, als Straßenbahnstadt. Das nur mal ganz kurz zu dem Thema Minus-1, also unter die Erde gehen. Ein ähnliches Thema haben Sie aus meiner Sicht, wenn Sie auf die Plus-1-Ebene gehen, weil auch da müssen Sie barrierefrei Zugänglichkeit von Stationen erstellen. Sie brauchen entsprechende Durchläufe, damit Sie eine Kapazität überhaupt bringen für die Menschen auf den Hauptachsen. Wir haben das durchaus angeschaut. Wir haben das auf hochfrequentierten Achsen angeschaut. Wir haben das auf freizeitorientierten Achsen angeschaut. An der Stelle, bitte sehen Sie es mir nach. Ich verstehe solche auch visionären Szenarien. Wir sind im Moment bei 100 Millionen Fahrgästen. Wir sind von 160 Millionen auf 100 Millionen runter. Und mir geht es darum, überhaupt wieder eine Idee für das Nachhaltigkeitsszenario zu entwickeln in diesen Zeiten. Und ich möchte an dem Punkt weder der Spaßverderber sein, noch will ich sagen, wir brauchen nicht gerade in diesen Zeiten Visionen, für die es sich anzutreten braucht. Genau, da bin ich jetzt der Spaßverderber und bremse mal den verständlichen Redeschwall. Es ist bitte kein Schwall. Nee, Schwall ist ja nicht keine qualitative Aussage, sondern nur eine quantitative, der Menge. Wenn Sie noch einen Punkt haben, auf den Sie kommen müssen, wenn Sie ihn ganz knapp machen können, wäre super. Weil wir haben hier noch ein paar Redebeiträge und hier wollen noch Leute antworten. Das ist einfach eine Zeitfrage. Das ist alles. Und wir haben 640.000 Einwohner im Ziel und nicht 720.000. Okay, wunderbar. Bevor ich auf diese Fragenmeldungen übergehe, was Sie beide trifft direkt darauf? Herr John war der Schnellere, aber auch bitte kurz und knapp. Leipzig ist viel zu klein für eine U-Bahn. Wir haben nicht die Dichte und es gibt eine Konsequenz. Der U-Bahn-Bau würde bedeuten, dass das Netz für die Straßenbahn, das Schiedennetz für die Straßenbahn, aber auch das Schienennetz insgesamt deutlich kleiner werden würde. Man kann sich das im Ruhrpott ansehen. Da hatte man früher ganz, ganz viele Menschen, die direkt an einem schienengebundenen ÖPNV-Verkehrsmittel waren, heute nicht mehr, weil U-Bahn einfach ein unverschämt teures Verkehrsmittel ist, das zu erhalten Leipzig einfach nicht in der Lage ist. Das Thema U-Bahn ist, glaube ich, in Leipzig eh nicht. Und zu den Seilbahnen, ja, die Verwaltung ist da gerade gezwungen, sowas zu untersuchen. Ich sage mal wirklich auch gezwungen. Da gab es einen Antrag, der ist irgendwie beschlossen worden. Es wird da was untersucht, aber es wird am Ende keine Seilbahn geben in Leipzig. Es ist eine Personalressourcenverschwendung, aber gut, so ist das Leben. Herr Dienberg, so ist das Leben, wollte ich gerade sagen, bitte kurz und knapp, aber wenn es damit schon gesagt ist, umso besser. Sie haben die nächste Frage. Also ich habe zwei Fragen. Die erste Frage geht so ganz grob in die Richtung der Straßenbahnerreichbarkeit. Aber mir geht es vor allem darum, überhaupt die Städte aus der Stadt rauszuhalten. Und ich rede jetzt hier über den weiteren Bereich, der um Leipzig herum ist. Ich mache es mal konkret. Wenn man im Süden von Leipzig wohnt, also weit außerhalb der Autobahn, dann kann man noch so gewillt sein, mit ÖPNV in der Stadt seine Sachen zu regeln. Es ist so gut wie unmöglich, denn es gibt keine Chance, irgendwie außerhalb von Leipzig den Pkw stehen zu lassen. Also wenn man zum Beispiel in Espenhain wohnt, muss man mit dem Auto Richtung Stadt, weil bis nach Bölen sind es zehn Kilometer, der Parkplatz ist überfüllt, da kriegt man nichts. Und wenn ich danach beabsichtige, irgendwo mein Auto zu parken, dann bin ich irgendwann in der Kali und da kann ich parken und in die Straßenbahn einsteigen. Und das ist jetzt nicht nur die einzige Situation. Und wenn ich diese Verkehrskolonnen sehe, dann fehlt mir hier absolut ein Konzept, wie man versucht, den Leuten, es gibt ja so ein Konzept im Städtetag, dass es jetzt eine Stadt-Land-Anbindung geben soll und das Land nicht abgehangen werden soll. Und da ist sicherlich mit dem Sinti-Tunnel ein erster guter Schritt gemacht. Aber es fehlt absolut ein Konzept außerhalb im Bereich der Autobahnen, Möglichkeiten zu schaffen, auf kurzem Wege in die Stadt zu kommen und dann aber auch in der Stadt sich quer zu vernetzen. Also wenn man in die Windscheidstraße möchte, muss man erst zum Wilhelm-Leufner-Platz und wieder zurück. Es geht kein anderer Weg dahin. Und solange das so unattraktiv ist, werden wir einfach Hunderttausende von Pkw überhaupt nicht aus der Stadt raushalten können. Man hat keine Chance. Das war die erste Frage. Soll ich die zweite gleich direkt danach stellen? Die war schon relativ lang komplex. An wen geht sie denn? Na, für mich geht sie an die Stadt Leipzig von der Planung her. Also denn an den Herrn Dienberg. Jetzt kann ich wieder. Ja, ich gebe Ihnen komplett recht. Das ist richtig so. Es ist ja in der Vergangenheit eher auch so gewesen, dass man, ich sage mal, das Netz eher ausgedünnt hat. Wir sind ja als Stadt Leipzig, wir haben das gerade wunderbar beschrieben, wir sind als Stadt Leipzig ganz immens betroffen von Pendlern. Und ich rede jetzt von allen Arten von Pendlern. Die Pendler, die mit dem ÖPNV reinkommen, die gibt es trotzdem natürlich auf der Ost-West-Achse sicherlich stärker als auf der Nord-Süd-Achse. Es gibt dann aber natürlich die MIV, die Autopendler. Und die sprechen Sie ja jetzt gerade an. Wir sind, und das ist auch einer meiner Aufgaben im MDV vertreten, im Mitteldeutschen Verkehrsverbund, wo wir natürlich auch diese Themen diskutieren und wo wir auch entsprechend als Stadt unsere Interessenslagen dort einbringen. Aber wir sind, und das ist auch ein Teil des, ich sage mal, manchmal verrückten Systems, wir sind Aufgabenträger als Stadt für unsere Stadt. Und wir haben gemeinsam mit dem ZVNL einen Verbund, wo wir eben auch als Stadt unsere Interessen einbringen können. Aber wir sind eben nicht als Stadt dort alleine. Dort sitzen die Landkreise mit ihren ganz eigenen Interessenslagen. Und wir, ich habe es zumindest als meine Aufgabe mir vorgenommen, in diesen Gremien genau für das Thema. Und Herr Middelberg ist an der Stelle als Geschäftsführer der LVB auch entsprechend unterwegs, weil wir natürlich auch als Verkehrsunternehmen in die Region gucken müssen und die Verbindung und die Anbindung an die Region einfach besser machen müssen. Aber das sind wirklich, ja, es ist ein dickes Brett, was man bohren muss, weil man das auch jetzt als Stadt Leipzig nicht alleine sozusagen komplett in der Hand hat, sondern man muss dort mit unterschiedlichen regionalen Interessenslagen dann auch diese Ergebnisse erzielen. Aber das sehe ich als eine meiner wesentlichen Aufgaben. Bevor ich jetzt weitergehe, erst mal, weil ich müsste aus Zeitgründen, müsste ich sich jetzt eigentlich hier streng behandeln, also strenger als der Klimawandel zu uns ist quasi, oder vielleicht halb so streng. Wie schaut es mit Ihrem Zeitvolumen aus? Haben Sie jetzt alle schon Stress hier auf der Bühne oder sind wir entspannt? Weil wenn wir entspannt sind, dann würde ich sagen, machen wir es auch ein bisschen entspannter weiter. Herr John wollte kurz was, Herr Böhme wollte kurz was sagen, Frau Wey wollte dann auch kurz was sagen? Herr John hat zuerst gemeldet, kurz. Leipzig hat ja 600.000 Einwohner und nur 100.000 Pendlerinnen. Das ist für eine Stadt dieser Größe ist das unglaublich wenig. Also mal zum Vergleich, Münster ist halb so groß, hat aber deutlich mehr Pendlerinnen als die Stadt Leipzig hat. Und man muss auch sagen, die Autos, die in Leipzig unterwegs sind auf den Straßen, das 90 Prozent sind aus Leipzig. Und wir wissen, dass die Leipzigerinnen und Leipziger die Hälfte ihrer Wege, die sie zurücklegen mit dem Auto, ist kürzer als fünf Kilometer. Ein Drittel ist kürzer als drei Kilometer. Also man könnte die Kfz-Verkehrsbelastung in Leipzig schon massiv reduzieren, wenn die Leipzigerinnen und Leipziger ein anderes Mobilitätsverhalten an den Tag legen würden. Und zwar viel mehr, als man durch Einpendlerinnen reduzieren könnte. Funfact am Rande laut Fuß e.V. sind 40 Prozent der Haushalte ohne Auto. Ich gehöre da dazu. Aber das ist eine Zahl, die man, wenn sie so stimmt, wäre vielleicht nochmal nachrecherchieren, interessant, sich auf der Zunge zergehen lassen muss. So, Herr Böhm. Ja, ich habe auch kein eigenes Auto. Trotzdem gibt es ja Menschen, die Auto fahren. Und das Umlandbeispiel ist ja gerade das aktuelle mit den Einpendlerinnen und Einpendlern. Und da hat ja Dienberg schon recht. Das kann man als Stadt Leipzig nicht alleine machen. Das sind die beiden Landkreise, Leipziger Land und Nordsachsen, auch mit, also in dem ZVNL, also in dem Verkehrsverbund, also nicht Verbund, sondern ZEG-Verband, da mit sparenberechtigt. Aber wenn man dann trotzdem mal auf die Stadt Leipzig schaut, dann fallen mir schon ein paar Beispiele ein, wie man auch als Stadtverwaltung aktiv dagegen steuern kann. Also wenn ich dann, wie das Beispiel jetzt gerade aus dem Publikum kam, an der Kali kostenlos oder günstig parken kann, dann ist das schon ein Problem. Oder wenn ich am Hauptbahnhof für drei Euro am Tag, also mitten in der City, drei Euro am Tag am Hauptbahnhof parken kann, dann komme ich ja auch von mich aber auch nicht auf die Idee, mit dem Zug oder mit der S-Bahn nach Leipzig zu fahren. Wenn ich mit dem Auto, was ich ja scheinbar eh besitze und eh brauche im ländlichen Raum, dann komme ich aber nicht auf die Idee, das dann stehen zu lassen und nicht ÖPNV zu fahren. Das heißt, wenn man über keine Fahrverbote reden will, was ich auch verstehen kann, dann muss man wenigstens über Preise reden. Und es kann einfach nicht sein, dass Leipzig wirklich mit am allergünstigsten von allen deutschen Großstädten ist, wo man parken kann. Und das ist natürlich, oder überall Parkplätze hat. Also man kann ja wirklich überall parken in der Innenstadt. Es gibt massive Parkhäuser, da träumen andere Städte von. Also ich finde, da kann man auch drüber reden, warum müssen wir immer neue Parkplätze. Wir haben jetzt am Fußballstadion bei RB wieder neue Parkplätze geschaffen. Das ist für mich völlig unverständlich. Natürlich kommen Leute, die jetzt Bayern München-Fan oder irgendwas sind, in Leipzig kommen wollen. Die werden erstmal nicht mit dem Zug anreisen, weil sie wissen, ich kann direkt vorm Stadion parken. Das ist auch ein Unding. Und daran müssen wir ran. Wir müssen Parkplätze auch reduzieren, verteuern und Alternativen günstiger machen. Frau Wey, Sie wollten auch noch was sagen. Ja, ich kann da direkt anschließen. Seitens des Stadtrates sind wir uns dort ja, haben wir das Ganze ja schon in Beschlüssen abgedeckt. Im Mobilitätsszenario ist enthalten, dass wir zum Beispiel an den Endstellen der LVB die Park- und Rideplätze ausweiten, beziehungsweise zum Teil ja auch überhaupt erst schaffen wollen und vergrößern möchten. Das ist auch eine der vielen Aufgaben, die dort mit drin steht. Ganz konkret, ich glaube, in der letzten Ratsversammlung ist genau da der zeitliche Hammer gefallen, bevor die Novellierung der Parkgebührenordnung der Stadt Leipzig auf der Tagesordnung abgehandelt werden sollte. So es dazu tatsächlich hoffentlich eine Mehrheit geben wird, wird genau dieses Problem gelöst werden. Und wir werden uns dazu, gab es ja auch schon deutliche Presse, mit dieser Parkgebührenerhöhung auf das Level der teuersten Städte in Deutschland heben. Und um genau diesen Punkt Rechnung zu tragen, die Parkgebühren eben auf ein gerechtes Maß, auf eine wirkliche Gebühr zu erheben. Zudem werden wir ja auch die Bewirtschaftungsbereiche, denn im Vergleich zu anderen Städten bewirtschaften wir wahnsinnig wenig öffentlichen Raum. Die sollen ja weiterhin ausgeweitet werden. Auch das ist Teil des Mobilitätsszenarios. Also dieses Szenario betrachtet den Verkehrsbereich ja deutlich größer. Und jetzt müssen wir halt dazu kommen, was wir heute schon so oft gesagt haben, diese Sachen auch umzusetzen. Aber die werden auch gerade Stück für Stück umgesetzt. Die Parkgebühren stehen jetzt auf der nächsten Ratsversammlung an. Nun werden sie wohl drankommen. Herr Mittelberg, da ist ja Sie und die LVB sehr viel betrifft. Was wollte ich noch mal sagen? Und zwar nur einmal ganz konkret auf Ihr Beispiel aus dem Süden kommend. Wie weit muss man in die Stadt reinfahren, um umsteigen zu können? Oder das Ziel zu erreichen? Wir hatten eben schon mal die Südseene genannt. Und in Leipziger Bescheidenheit sprechen wir auch von einem Südkreuz. Also egal, wie der Name jetzt ist, aber jedenfalls wollen wir diese Querverbindung mit der S-Bahn verknüpfen. Letztlich auch mit dem Südraum, also dem mitteldeutschen Revier. Das ist für uns Strukturwandel pur. Und deswegen untersucht das Land auch schon mit der Stadt gemeinsam, mit uns, genau die Trassenführung, die Anschlussmöglichkeiten, damit wir hier zwischen S-Bahnen, Straßenbahnen gute Umsteigebeziehungen hinkriegen an diesem Kreuz, damit man eben dann quer rüberfahren kann und schnellere Verbindungen bekommt. Das nur mal als konkrete Antwort auf diese Verkehrsbeziehung aus dem Südraum. Okay, hier und hier war eine Meldung. Ich war mir jetzt nämlich auch ganz sicher, wer erst da war. Machen Sie das auch untereinander aus? Okay, ist ausgemacht. Das ist jetzt an. Ich hätte einen Beitrag gerade zu den Parken vor dem Fußballstadion, was mir zurzeit natürlich nicht so wichtig ist, weil ja die Zuschauerzahlen nicht so hoch sind. Aber was ich da nicht verstehe ist, vor dem Fußballstadion stehen die ganzen Fahrzeuge auf dem Rasen. Und das verstehe ich nicht. Sie sagen jetzt von Parkgebühren und so weiter, aber die stellen sich einfach auf dem Rasen. Das darf doch nicht sein. Das ist jetzt nicht mein Hauptpunkt, den ich habe. Ich habe nachher noch einen wichtigen Punkt. Aber da sollte man doch eigentlich mal nachgehen. Ich brauche jetzt nicht jeden Einzelnen dazu zu hören. Das ist nur eine Anregung. Danke. Okay, falls jetzt niemand von Ihnen sagt, ich muss antworten. Gut, wenn nicht, dann war hier noch eine Frage. Als erstes möchte ich Herrn Dienberg sagen, etwas, was noch nicht heute erwähnt wurde. Georg-Schwarz-Straße ist oft gefallen, aber ich bin Bewohner des Westens und das, was vor ihrer Zeit passiert ist, die Straße wurde umgestaltet und jetzt fahre ich sehr gern mit dem Fahrrad dort durch. Und da ich aber gleichzeitig auch manchmal das Auto benutze, das, was ich befürchtet habe, dass es da entsprechend langsamer geht, das ist nicht der Fall. Es ist eine Lösung, die vielleicht auch für andere Straßen noch Vorbild sein kann. Während das, was mich erschreckt, ist, dass Bülitz-Ehrenberg für sechs Jahre abgeschnitten sein soll, weil so lange ist diese Baumaßnahme geplant. Und meine Hoffnung an sie ist, auch wenn die Planung weit vorangeschritten ist, kann man da eventuell etwas zurückdrehen, dass da etwas wesentlich Kleineres gebaut wird. Dass da nicht am Ende eine Brücke dort steht, wo man sagt, damit die überhaupt sinnvoll ist, die Brücke, da muss man anschließend die Auwald-Autobahn fortsetzen. Also Stichwort konkret die Georg-Schwarz-Brücken. Ja, man könnte jetzt ganz viel zu sagen. Ich versuche mich mal kurz zu fassen. Also man kann an dieser Straßenbaumaßnahme sehen, was es bedeutet, wenn man die zurzeit bei uns geltenden Fördervorschriften umsetzt. Und ich sage das jetzt auch nochmal, als Stadt umsetzen muss, um in den Genuss der Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu kommen. Also die Fördervoraussetzungen bedingen eine gewisse Leistungsfähigkeit, so heißt das in diesem Verkehrsplanerdeutsch, die die Straße erfüllen muss. Und das heißt auch am Ende, dass in gewisser Weise dann auch Platz dafür zusätzlich braucht. Herr John hat ja gerade die Zahlen an der Stelle genannt. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, deutlich das Ganze kleiner zu machen. Das heißt dann aber auch, dass wir an der Stelle die jetzige Verkehrsmenge, die dort bewältigt wird, auch auf der Altenbrücke bewältigt wird, dass wir diese Verkehrsmengen dann so nicht durchführen werden. Und wir wollen ja auch, und das ist auch ein Teil der Wahrheit an dieser Stelle wieder, auch den öffentlichen Personennahverkehr, die Rahmenbedingungen dafür deutlich verbessern. Wir haben auch hier wieder eine Verknüpfung von Straßenbahn mit S-Bahn. Dafür braucht es auch entsprechende Infrastruktur. Wir müssen das barrierefrei machen. Und dann kommt das dabei raus. So sage ich das jetzt einfach mal. Und es kann trotzdem, meine ich, auch sein, dass wir an der Stelle nochmal schauen und darstellen, wie könnte denn eine Reduzierung einer solchen Maßnahme aussehen? Und was hat es ganz konkret für Auswirkungen? Darüber müssen wir ja auch sprechen. Also eine bloße Reduzierung der Querschnitte bei einer aber gleichbleibenden Leistungsfähigkeit, das wird nicht funktionieren. Da muss ich jetzt selber sogar nochmal einhaken. Sie haben das jetzt mit der Reduzierung des Verkehrs. Das betrifft ja nun mal letztlich tatsächlich vor allem den privaten Pkw-Verkehr, wo einer jeweils in einem Wagen sitzt. Als, das müssten wir ja dann rückbauen, beschrieben, wenn ich das so verstanden habe. Aber das wollen wir ja letztlich, dass weniger Personennahverkehr, also nicht ÖPNV, sondern Pkw-Verkehr unterwegs ist. Es ist ja auch in gewisser Weise ein Kreuzungsbauwerk in der Plus-Eins-Ebene, was dort errichtet wird. Und für die verschiedenen Fahrbeziehungen brauchen sie auch entsprechende Verbindungen, brauchen sie den entsprechenden Platz. In der weiteren Fortführung, das, was Sie auch eben als Sorge ja formuliert haben, dass es dann am Ende die Auwald-Autobahn gibt, das wird nicht passieren, weil wir natürlich in dem Bereich auch der Strecke sozusagen die Vorgaben haben. Und dort wird es auch, eine solche Planung gibt es nicht und die wird es auch nicht geben. Hier geht es wirklich darum, diese Brücke, die in die Jahre gekommen ist, sozusagen zu sanieren. Um mal eine Antwort, die vielleicht gerade dem Fragesteller mal interessant wäre, ist, ich weiß, man stellt sowohl Verwaltung als auch Politik keine Ja-Nein-Fragen. Ich mache das trotzdem mal. Möchten Sie, dass das so gebaut wird, wie es in der Planung ist oder nicht? Mit der Tendenz 70 Prozent Ja ist dann Ja. Das ist eine schwierige Frage, aber ich sage mal, ich möchte nicht am Ende dort eine Lösung haben, die uns verkehrsplanerisch überhaupt nicht hilft. Und ich habe das eingangs gesagt, die Förderbedingungen sind so, wie sie sind. Und bevor wir diese Brücke komplett schließen, weil sie einfach die Traglasten heute nicht mehr erfüllt, würde ich die Brücke so bauen und entsprechend auch dann über die Fördergelder, die wir da einnehmen, realisieren. Frau Wey, Sie wollten schon länger? Ich würde die Frage mit Nein beantworten, aber das fällt mir als Politikerin vielleicht auch ein kleines bisschen leichter. Dieser Planungsprozess der Georg Schwarzbrücken ist ja schon einige Jahre alt und muss jetzt in eine Ausführungsplanung gehen. Wer es schon gesehen hat, es gibt jetzt ja auch erste Visualisierungsentwürfe, die mir haben die Luft fehlen lassen, als ich sie das erste Mal sah, weil wir dort wirklich zurzeit ein Riesenbauwerk bauen wollen oder es zumindest planen. Ich kann die ganzen Rahmenbedingungen tatsächlich verstehen, aber ich möchte, wir haben damals schon als Fraktion diesen Planungsprozess, wie er jetzt dort visualisiert wurde, abgelehnt und wollen es jetzt noch einmal versuchen. Wir haben einen Antrag im Verfahren, dass die Planung noch einmal geprüft wird, dass wir das Volumen der Brücke deutlich verkleinern und dort müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das müssen wir politisch vor allen Dingen tun. Was hat es für Vor- und Nachteile, wenn wir verkleinern? Was heißt es ganz konkret für die Verkehrsleitfähigkeit? Was heißt es für die Beschleunigung des ÖPNV, die wir haben möchten? Was heißt es für Fuß- und Radverkehr? Mich erschreckt es und das ist auch ein Teil, was wir mit der Mobilitätswende noch leisten müssen. Wenn ich im Bürgerforum letzte Woche gehört habe, naja, die Börlitz-Ehrnberger wollen sowieso eigentlich eher nur mit dem Auto über diese Brücke fahren. Für Fuß- und Radverkehr würden sie gerne sowieso, wenn eine parallele zweite Fuß- und Radverkehrsbrücke nutzen. Daran sehe ich, dass wir an dieser Brücke durchaus noch arbeiten können, damit sie multifunktional ist. Denn sie ist ein Bauwerk, was zwei Stadtteile ganz krass voneinander trennt. Aufgrund dieses Riesenvolumens, es mangelt an Grün, das ist nicht leicht, aber man kann mit Baukultur, mit einer entsprechenden Planung dort tatsächlich neue Wege gehen. Wir müssen dann tatsächlich abwägen, was das heißt. Und deshalb wollen wir mittels Antrag die Verwaltung dazu auffordern, tatsächlich noch mal zu prüfen, welche anderen Varianten kann es geben? Und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wie sind die finanzierbar? Wie sind die Fördermittelsituationen? Und ich denke, dass wir im Jahr 2020 vor dem Hintergrund des Klimanotstandes, ich möchte für diese Varianten dann auch gerne einen Klimacheck haben, den wir eigentlich ja schon beschlossen, aber bislang noch nicht umgesetzt haben, dass wir dann einfach hier bei diesem großen, wichtigen Bauwerk, was wir brauchen, denn diese Brücken sind irgendwann nicht mehr befahrbar und wir können Würlitz-Ehrenberg nicht abhängen. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Aber dass wir uns jetzt diese Zeit doch noch mal nehmen und sagen, wir bauen was Vernünftiges, denn wir geben sehr, sehr viel Geld aus. 50 wahrscheinlich, bis es dann soweit ist, mehr Millionen Euro. Also haben eine Brücke im Jahr 2030 fertig, die dann ja hoffentlich auch einfach auf eine andere Realität trifft, wenn wir unsere Mobilitätswende auch umsetzen werden. Und das wünsche ich mir, dass wir das noch mal betrachten. Und deshalb werden wir da auch jetzt als Fraktion eben im Verfahren mittels Antrag die Verwaltung auffordern und auch dafür Mehrheiten suchen, dass wir wirklich noch mal einen frischen Blick darauf werfen. Denn die Planungen der Georg-Schwarz-Brücken sind ja nun auch schon in die Jahre gekommen tatsächlich und fußen auch auf anderen Realitäten. Da würde ich noch eins dazufügen, ist das bei gerade solchen kritischen Projekten früher mal unter einer anderen Vorstellung gemacht und so weiter und so fort. Ist das nicht vielleicht letztlich auch, ob das dann kommt oder ob man es eben drehen kann, nicht eine Frage auch der Verhandlungsschärfe, die man da an den Tag legt? Denn letztlich wird es ja irgendwo dann doch hier und da wieder ausgehandelt. Vielleicht nur eine ganz kurze Ergänzung. Also das ist das, was wir jetzt hier parallel als Stadt Leipzig tun müssen. Am Ende auch wirklich klar dem Land signalisieren, wir haben Bedarfe an Fördermittelbedingungen, die nicht mehr dem entsprechen, was wir mal hatten. Und die Fördermittel werden ja auch überarbeitet. Die Konditionen werden ja überarbeitet vom Verkehrsministerium. Und da müssen wir als Kommune einfach ganz, ganz deutlich machen, dass wir hier ganz andere Bedarfe haben, als das das Land hat, als es aber wahrscheinlich auch aufgrund einer anderen Struktur die Stadt Chemnitz und die Stadt Dresden hat. Und dass wir dort einfach sehr, sehr deutlich werden. Denn wenn wir so ein Bauwerk 50, 60 Millionen ohne Fördermittel bauen, dann ist es für die Kommune als solche auch ohne Corona theoretisch nicht wirklich abbildbar. Denn dann bauen wir eine Brücke und wir wissen alle, die anderen Brücken müssen genauso saniert werden und das sind ähnliche Kostenrahmen. Herr John hatte sich auch schon länger gemeldet. Herr Dienberg, Herr John, machen Sie sich doch gerade untereinander, aus wer jetzt das Wort nehmen möchte. Ich würde kurz Frau Wey noch mal kurz ergänzen und würde Ihnen absolut recht geben. Die Rahmenbedingungen, die Fördermodalitäten, die sind im Übrigen in allen 16 Bundesländern relativ gleich. Die Fördermodalitäten spiegeln das Leitbild der autogerechten Stadt wider. Das sind alte Fördermodalitäten aus den 60er, 70er Jahren und das muss sich ändern. Und das hat Landespolitik natürlich auch in der Hand. Also da müssen Themen wie Klimaschutz eine Rolle spielen. Natürlich spielt Leistungsfähigkeit eine Rolle, aber vielleicht auch nicht nur für den MIV, sondern auch für die anderen Verkehrsträger. Und dann würde, glaube ich, an der Stelle nochmal sehr viel einfacher und auch schneller und zügiger kommunaler Verkehrsinfrastruktur nochmal ganz anders aussehen, als es das heute tut. Herr John? Wer sich ein Bild machen möchte davon, wie diese Brücke mal später aussieht, die Berliner Brücke in Eutritsch, Mokau-Süd, das ist im Prinzip das Vorbild. So wird diese Brücke hinterher mal aussehen, mehr oder weniger. Also ganz gewaltig. Und wenn die Georg-Schwarz-Brücken gebaut werden, wird ja die große Georg-Schwarz-Brücke leicht schräg gestellt, sodass man eine direkte Wegeführung hat und einen Knoten entfällt. Das heißt, egal wie man die neue Brücke, die große, bauen wird, sie wird hinterher leistungsfähiger werden, als sie heute ist. Egal, man kann es nicht verringern. Das heißt, selbst wenn man sie nicht von 18 auf 38 aufweitet, wird sie leistungsfähiger. Und unter diesem Gesichtspunkt muss man das sicherlich nochmal schauen, was da am Ende wirklich gebraucht wird. Die Verwaltung hat es ja im Prinzip auch in der Hand, sie wirft diese Zahlen in die Modellierung und kann eben auch entsprechend darauf Einfluss nehmen, was am Ende rauskommen wird. Weil wie die Ampeln programmiert werden, die ja dann die Grünphasen sagen, wie lange, wie viele Autos da rüberkommen oder wie viele Radfahrende oder wie viele Straßenbahnen, das weiß man heute ja gar nicht. Das wird man irgendwann im Jahr 2030 wissen, wenn man dann das Ampelprogramm aufspielt. Vorher weiß man es leider nicht. So, zwei, drei Fragemeldungen waren noch. Damit würde ich es dann auch beenden. Der Fairness, da Sie schon dran waren, würde ich erst mal sagen, obwohl Sie zuerst gemeldet haben, würde ich sagen, fangen Sie an. Dann kommen Sie. Dann kommen Sie. Und wenn es sich zusammenfassen lässt. Welches Thema ist es denn? Ich wollte was zum Klimanotstand und der Situation sagen. Bei Ihnen welches Thema? Mir geht es nochmal um das immer wieder neu erfinden, das Fahrrad, das sage ich mal, Verkehrslösung, ob man nicht irgendwo Mindeststandards festlegen kann. Dann machen wir sie einzeln, aber fangen Sie an. Wir machen es aber jetzt knapp und kurz und bitte vor allem also die Fragen nicht so sehr ausschmücken. Wir haben alle schon viel erlebt. Das muss man jetzt hier aber alles nicht breittragen. Und die Antwort natürlich auch, wenn es geht, möglichst wenig Kalkül in der Antwort, sondern einfach knapp und klar. Das wäre mir jetzt möglichst lieb, sofern es sich einhalten lässt. Fangen Sie gerne an. Ja, ich glaube, ich fände es interessant nochmal zu wissen, sozusagen, also was schon angemerkt wurde, dass eigentlich eine Prüfung notwendig wäre an den realen Gegebenheiten des Klimawandels im Endeffekt. Dass es da eigentlich einen neuen Realismus braucht, der das anerkennt in der Situation, dass wir auf ein 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen. Wir haben gerade die Fridays-for-Future-Studie vom Wuppertal-Institut, die gezeigt hat, welche Maßnahmen sind wirklich notwendig, um sowas umzusetzen und dann halt anzuschauen, wie müsste der Verkehrssektor geschrumpft werden, um das zu erreichen und dann eben daraus die Maßnahmen abzuleiten, nicht aus den Geldbedingungen, die man hat und so weiter, sondern eben dann eher eben auf höhere Stellen zugehen und sagt, so funktioniert es halt nicht mit den Mitteln, wir brauchen andere Mittel dafür und sozusagen, ja, eine realistischere Einschätzung ist da auf jeden Fall braucht. Und was da helfen kann, ist, glaube ich, auch ein Blick auf andere Städte, also viel mehr zu schauen, wie andere Städte Verkehr lösen. Da wurden schon einige Beispiele genannt, aber jetzt mit vielen Städten, die ich schon kennengelernt habe, schon zu sehen, dass in Leipzig selbst furchtbare Verkehrssituationen mit vielen Umschwerpunkten nicht ausreichen, dass da Veränderungen stattfinden, während in anderen Städten ganz andere Würfe gemacht werden sozusagen und dass man, glaube ich, sich daran orientieren muss. Also die konkrete Frage ist sozusagen, was wäre eigentlich notwendig, wenn wir den Klimawandel ernst nehmen, die Klimakatastrophe, den Klimanotstand und gerade Corona ja gezeigt hat, sozusagen, sagen, es ist ganz viel möglich, wenn der politische Wille sozusagen da ist. Und dann eher vielleicht die Frage, wie kommt man an das Geld dazu ran und wie kann man die Landes- und Bundesebene quasi dann mehr gewinnen, aber eben dann auch, ja, vielleicht sich mehr einen Antagonismus dazu stellen, zu sagen, wir brauchen jetzt so und so viel Geld und nicht versuchen, da auf Konsens zu setzen vielleicht. Konkret an jemanden adressiert? Sonst würde ich... Am ehesten an die Stadt und vielleicht an die Verkehrsbetriebe von denen, aber eigentlich an alle. Genau, ich würde bitten, dass Sie jetzt nur noch eine Antwort nehmen, einfach unterscheiden, wie Sie möchten. Also, das ist natürlich ein Bündel an Maßnahmen und ich glaube, dass das Nachhaltigkeitsszenario, für das sich der Rat entschieden hat und vorausgesetzt in den Folgejahren ist der Rat in der Lage, auch die Mittel dafür bereitzustellen, schon ein guter Weg dahin ist, diesen Klimawandel, an dem sozusagen der verkehrsbedingte CO2-Ausstoß ja einen ganz erheblichen Anteil hat, den für die Stadt in den Griff zu kriegen. Ich kann das jetzt gar nicht für Leipzig sagen. Wir haben das in Göttingen ausgerechnet, dass das Verkehrsszenario so aufgebaut sein muss, dass 25 Prozent des CO2, 25 Prozent der gesamten CO2-Ausstoßes in Göttingen durch den Verkehr quasi induziert wird und durch die Maßnahmen dann auch entsprechend quasi kompensiert werden sollen und das wäre etwas, was wir, glaube ich, hier in Göttingen, hier in Leipzig wirklich noch machen sollten und auch müssten, zu schauen, was dieses Nachhaltigkeitsszenario ganz konkret an CO2-Ansparung erbringt. Okay, nächste Frage. Ja, mir geht es nochmal um das Thema Best Practice. Also, ich habe manchmal das Gefühl bei Verkehrsprojekten oder Sanierungsprojekten oder Ausbauprojekten, wie auch immer, dass da quasi immer wieder das Fahrrad neu erfunden wird und immer wieder neu entschieden wird, wie die Straßenbahngleise gelegt werden, wie der Radweg, ob der auf die Straße als Spur eingerichtet wird oder ob doch wieder ein Hochbordradweg gebaut wird, was eigentlich gar nicht mehr geht. Also ich hätte sehr gern, dass es irgendwie eine Art Mindeststandort gibt, der generell immer gilt, egal was, wo, wie, wann gebaut wird, dass man da quasi einfach die Planungsverfahren dann auch einfach abkürzt, sodass man sagt, okay, die und die Straßen müssen jetzt gebaut werden, aber das Modell dafür ist schon vorhanden. Wir müssen es nur umsetzen. Ich denke, da lässt sich eine ganze Menge an Planungszeit auch einsparen. Herr Dienberg will antworten. Eine kurze Antwort darauf. Ja, finde ich völlig richtig. Es gibt diese Empfehlung für die Anlage von Radverkehrsstraßen, die auch, ich sage mal, angepasst wird, die auch entsprechend dann auf die Förderrichtlinien abgestellt ist. Und in dieser Empfehlung ist zum Beispiel jetzt keine Standardlösung, dass der Radverkehr per se künftig auf der Fahrbahn geführt wird. An vielen, vielen Stellen ist das aus Verkehrssicherheitsgründen eine absolut sinnvolle Sache. Das hat man aber dann doch den Kommunen am Ende bei der Planung ihrer Lösungen selbst überlassen. Und das zeigt sich ja auch in den Gremien, in den politischen Gremien, dass das immer wieder eine zentrale Fragestellung ist. Führt man den Radverkehr oben auf dem Gehweg oder bringt man ihn in die Straße? Ja, und die letzte kurz knackig formulierte Frage kommt von da hinten. Unser Thema ist ja die Verkehrswende. Und hauptsächlich auf dem fokussiert auf die Antwort oder auf die Frage mehr öffentlicher Verkehr. Das ist klar, Attraktivität erhöhen, Kundenfreundlichkeit. Was ich aber jetzt immer gehört habe in der Podiumsdiskussion hier ist, über eine Zeitachse von 10 Jahren, von 15 Jahren, von 20 Jahren. Also meine persönliche Lebenserwartung sind noch 20 Jahre. Deswegen ist es eigentlich mal wichtig zu überlegen oder einen Impuls zu geben für Maßnahmen, die relativ kurzfristig greifen. Und dazu habe ich mir mal die Frage gestellt, wie ist eigentlich die Struktur der Kunden des öffentlichen Nahverkehrs? Es gibt meiner Meinung nach drei Gruppen. Erstens, die ständig fahren. Der typische Beispiel ist der Pendler. Da kann ich nicht groß wie was vergrößern, die fahren nicht öfters. Dann gibt es zweitens, der ab und zu fährt. Zu der würde ich mich zählen. Und drittens, der fast nie fährt. Das heißt, man müsste eigentlich fokussieren auf die Gruppen, die nicht ständig fahren. Und da muss ich es attraktiver machen und kundenfreundlicher. Und ich weiß nicht, ob Sie mal in Berlin waren. Ob Sie trotzdem gerne zum Punkt kommen. Ja, ich komme jetzt auf den Punkt, genau auf den zentralen Punkt. Wenn ich jetzt hier in Leipzig mit der Straßenbahn fahren will, habe ich zuerst das Problem, wie heißt denn eigentlich die Haltestelle, wo ich losfahren will? Die muss ich eingeben. Leipzig, die und die Haltestelle. Wenn ich auf Maps, Google gehe oder Google Maps, da steht da, wenn ich Glück habe, ist die Straßenbahn-Haltestelle eingezeichnet, aber nicht der Name. Also ich muss spekulieren. Wie heißt die Abfahrts-Haltestelle? Nächster Punkt ist, wie heißt der Zielort? Muss ich auch spekulieren? Da bin ich also einige Zeit zum Überlegen und zum Planen und zum Hin- und Her-Chatten. Wie heißt denn jetzt eigentlich die Haltestelle? Bis ich dann eine Verbindung rausbekomme. Wenn ich jetzt aber in Berlin bin und jetzt komme ich zu dem Punkt, was eine Maßnahme ist, die relativ kurzfristig umzusetzen ist, also keinen Zeithorizont von 10, 15, 20 Jahren hat, sondern eigentlich, ich vermute mal, innerhalb von einem Jahr umzusetzen ist. Und zwar in Berlin gebe ich meinen Standort ein, beziehungsweise der wird eingegeben und da heißt es dann Fußweg, 100 Meter geradeaus, dann links, da ist die Metrostation. Oder alternativ zurück, 300 Meter ist dort und dort die Haltestelle. Das ist aber hier in Leipzig bisher noch nicht geschehen. Also ein EDV-Programm, was ähnlich dem Berliner Modell ist, hier zu installieren. Damit würde ich auch die Gruppen 2 und 3 viel besser erreichen und auch, dass sie mitfahren. Ich höre ja schon, gegen wer, sage ich mal. Es geht wohl am... Genau. Gegen wer überhaupt nicht? Volle Zustimmung bei der Frage, braucht man sowas? Und die Antwort ist, das haben wir und zwar unter Leipzig Move. Wenn Sie die Ortung Ihres Handys einschalten, das ist Ihre persönliche Entscheidung, dann brauchen Sie überhaupt nichts einzugeben zum Startort, das erkennt das Handy selbst. Und Sie können eine Adresse, Sie können eine Abkürzung. Leipzig Move kennt sogar HTWK und dann reicht HTWK. Also egal, was Sie tun. Also laden Sie Leipzig Move als App und Sie haben die Möglichkeit, nicht nur die Fahrplanauskunft eben mit diesen Möglichkeiten zu kriegen. Sie kriegen auch unmittelbar ein Ticket und über Leipzig Move Plus auch gerade für Ab-und-Zunutzer die Möglichkeit, einen 50-Prozent-Rabatt auf das Ticket zu bekommen. Das können Sie als Handy-Ticket kaufen. Es gibt auch die Chipkarte, wenn Sie das anonym machen wollen. Das ist ein spezielles Produkt für Gelegenheitskunden, hat uns gerade jetzt auch nochmal die Wissenschaft bestätigt, deutschlandweit, wirklich sehr weit vorne, wo wir für Gelegenheitskunden eben nicht die Schwelle ins Abo hinein haben, sondern mit einer Grundgebühr dann 50 Prozent Rabatt. Und insofern brauchen Sie gar nicht nach Berlin zu fahren. Wir haben bald ein Südkreuz hier und wir haben heute schon eine sehr komfortable App. Vielleicht als Schlusswort. Genau. Kein Schlusswort. Warum ist es dann nicht auf der Seite von der Straßenbahn? Ich gehe doch normalerweise, wenn ich die Straßenbahn benutzen möchte, gehe ich doch auf die App der Straßenbahn und nicht auf Move-App oder sonst irgendwo. Dann müsste es doch normalerweise dort viel eher sein. Also das ist nur eine gewisse Kundenfreundlichkeit. Gut. Letzte Antwort. Also Leipzig-Move ist die App der LVB, ist die App der Straßenbahn. Und kurze Einschränkung, immer weniger Leute gehen tatsächlich über das stationäre Gerät ins Internet, sondern die Nutzerzahlen gehen auf Mobile, gehen auf Apps. Also versuchen Sie es über Leipzig-Move auch übrigens in der Adresseingabe im Internet, gilt das Gleiche. Okay, das heißt, es funktioniert, das ist schön. Die letzten abschließenden Worte würde ich noch selber sprechen, einfach weil ein paar Sachen noch gesagt werden sollen müssen. Also ein Gedanke, der, glaube ich, für alle noch mal ganz gut ist, weil das kam auch von Ihnen. Das war, fand ich schade, dass das jetzt gar nicht so zum Thema wurde. Das Problem, was wirklich zum Denken anregen sollte, ist, naja, Maßnahmen in 15, 20 Jahren. Wie schaut es dann hier schon aus? Der Klimawandel, der gibt halt deutlich mehr Gas. Um ein Beispiel zu nennen, die Permafrostböden sollen in Sibirien in 90 Jahren tauen. Hoppla, stimmt ja gar nicht. Das hat es erst vor drei Jahren geheißen. Die tauen jetzt schon. Nur, dass wir wissen, was uns da gegenübersteht. Ja, dann möchte ich mich bedanken bei allen Beteiligten hier auf dem Podium. Habe ja alle schon einzeln vorgestellt. Das müssen wir jetzt nicht noch mal rückwärts machen. Ein Geschenk haben Sie auch noch bekommen. Das wünsche ich Ihnen einen guten Appetit dabei. Ein leckeres Teechen. Hinweis zum Mitschnitt dieser Veranstaltung wird es dann geben. Das kann sein, dass es noch irgendwie dauert ein paar Minütchen. Wir sind alle ehrenamtlich, die das hier machen. Aus S4F, also S4F für Scientists for Future, minus leipzig.de. Gibt es dann sicherlich auch noch weitere Hinweise oder wo dieser Mitschnitt dann genau zu finden ist. Wenn es weitere Fragen gibt, würde ich sagen, die bitte nicht an S4F Leipzig schicken, sondern die LVB hat eine Adresse. Der Herr Dienberg hat eine Adresse. Seine Privatadresse jetzt vielleicht nicht, aber die E-Mail-Adresse, Postadresse vom Amt. Das alles zu finden gilt für alle anderen hier auch auf dem Podium. Ja, da möchte ich noch einen Hinweis machen, weil wir schon bei Veranstaltungen sind. Und zwar am 05.11. Prof. Kammern zum Thema Pflanzenkohle ein Webseminar, das auch im Rahmen der Scientists for Future stattfindet. Ist richtig? Ja. Genau. Ja, sagt er. Das heißt, das ist sehr ans Herzen gelegt. Ich freue mich, dass die Runde sehr ergiebig war. Wir konnten natürlich in vielen Dingen nicht ins Detail gehen. Liegt an der Frage der Zeit, sonst würde man morgen Nachmittag noch da sitzen. Aber jeder von Ihnen möchte ja bestimmt auch ein angenehmes, möglichst arbeitsfreies Wochenende. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank.